Der Kahn der fröhlichen Leute von Jochen Klepper Teil 2 Zwölftes Kapitel Beziehungen zu einem Kapitän Der CWV wartete den sommerlichen Stillstand eigentlich in Steinau ab. Aber Kapitän Woitschach und seine Frau hatten sich ein Quartier in Köben gesucht, weil sie dort ihre Verwandtschaft zulande hatten. Waren Woitschachs und Senftlebens zusammen, ging es immer sehr lebhaft zu. Denn beide Schwestern, die Schwarzhaarigen, sprachen viel und wussten viel. Die eine mit dem spitzen Gesicht und dem gebückten, huscheligen Gang, der klagenden Stimme und dem Haarknoten im Genick kannte jeden Vorgang in Köben. Die andere mit dem munteren, runden Gesicht und der hohen, runden Nestfrisur wusste gut, was so in allen Städten, in denen man anlegte, von Kosel bis Stettin vorging. Stundenlang saß man in Senftlebenshausflur beieinander, die Frauen auf Stühlen am Fenster, der blasse, hagere Malermeister und der robuste, vergnügte Dampferkapitän auf einer gusseisernen Bank. Die Männer schwiegen meist und hörten sehr gern zu, wenn die Frauen redeten. Keinen Hehl daraus gemacht, berichtete Frau Kapitän Woitschach höchst lebendig. Wir haben uns in Breslau Tänzerinnen angesehen. Im Liebig-Varieté in Breslau. Otto, habe ich gesagt, sieh dir ruhig die Mädchen an, die feine Rasse, das schmale Gesicht und die muskulösen Beine. Herrn Müßiggang und Wilhelmine Buttenhoff wurde etwas unbehaglich zumute, dass von Seiten eines Kapitänen-Ehepaars von Varieté und dergleichen die Rede war. Namentlich Wilhelmine litt im Moment sehr darunter, dass sie ein Schiff voller Räuber hatte haben wollen und dass man nun zu Faxenmachern geworden war. Frau Kapitän Woitschach musste sich sehr wundern, dass man von ihrem Varieté-Bericht gar keine Notiz nahm. Sind sie denn nie im Liebig-Theater in Breslau gewesen? fragte sie trotzdem weiter, weil Verbindlichkeit ihre Stärke war und sie es gar nicht leiden konnte, wenn ein Gespräch ins Stocken kam. Auch Frau Mahler-Senfleben fiel klagend ein. Nie im Liebig-Theater in Breslau? Der alte Mann riss sich militärisch zusammen und versicherte, nie dort engagiert gewesen. Oh, das ist aber interessant, was Sie da sagen, nutzte Frau Kapitän beglückt die Möglichkeit aus, die Unterhaltung weiterzuführen. Daran habe ich natürlich noch gar nicht gedacht, dass Sie vielleicht dort aufgetreten sein könnten. Ich meinte nur, ob Sie so als Zuschauer da gewesen sind. Aber natürlich, Sie sind ja wohl Künstler von Beruf. Ich meine so vom Hörensagen. Das war etwas unbestimmt ausgedrückt. Aber Vormund und Mündel begriffen ganz gut. Müßiggang sah ängstlich auf Wilhelmine. Die Kniff verärgerte die Lippen ein, sandte ihn einem flüchtigen, bösen Blick zu und erklärte der Frau Kapitän. Ja, ja, Gewichte und Damen in die Luft stemmen. Das konnte er wohl auch. Ob schon er es nur mit der Schifffahrt zu tun haben will. Gewichte und Damen in die Luft stimmen, wurde die Kapitänsfrau munterer. Nein, denken Sie. Eben, ich habe ja schon davon gehört. Sie sollen so eine wunderschöne Vorstellung auf der Oder gegeben haben. Wilhelmine beschloss in ihrem Innern, den Auftrag zum Anstreichen ihrer Helene einem anderen Maler zu geben. Jetzt meldete sich auch Kapitän Woitschach aus dem Hintergrund. Das muss ja eine tolle Sache gewesen sein. So was fehlt uns in den Schleppzügen. Wo es manchmal so scheißlangweilig ist, wenn man so lange festliegt. Bei dem unpassenden Ausdruck fiel seine Gattin begütigend ein. Keinen Hehl daraus gemacht. Otto hat manchmal eine sehr gewöhnliche Redeweise. Ich gestehe es frei und offen, erwiderte Wilhelmine Buttenhoff die Entschuldigung. Ich auch. Und der Onkel, dem jetzt gar nichts mehr geheuer war, unterbrach verlegen. Ach ja, sehr. Aber sonst ist sie ein sehr gutes Mädel. Den Eindruck habe ich nämlich auch, bestätigte Frau Woitschach und benahm sich so, als wollte sie Wilhelmine durch die Locken fahren. Jedenfalls war mit ihrer rechten Hand etwas Ähnliches los. Der Kapitän redete mehr als sonst, wird ganz allein mit dem Kahn vom Vater fertig, schafft arbeitslosen Leuten ihr Brot, faulenzt nicht bei der Trockenheit, lässt den Kahn renovieren, sorgt am Abend für Unterhaltung, damit ihre Leute nicht auf dumme Gedanken kommen. Tagesarbeit, abends Gäste, trug der Maler sanft zur Konversation bei, weil ihm nichts Eigenes einfiel. Denn er hatte diesen Spruch neulich mit einer herrlichen Schablone im Halbrund um den Eingang zum Saal vom Rautenkranz gemalt. Der Vormund sah sein Mündel mit ganz anderen Augen. Donnerwetter, so dachte man in Kapitänskreisen neuerdings von Wilhelmine Buttenhoff. Er vergaß darüber ganz, dass er ein wenig ins Hintertreffen geriet. Mit den Kapitänskreisen, das war ja nun zu hoch gegriffen. Aber auf die herzensguten Woitschachs traf die Vermutung durchaus zu. Auch Wilhelmine begriff allmählich, dass man ihr und ihrem Kahn hier wohl wollte. Ach so, verrät sie ihre Überraschung und hätte sich am liebsten der Woitschachs senftlebischen Familie dadurch erkenntlich gezeigt, dass sie den ganzen Schleppzug lackieren ließ. Zur Ehre der Kapitänsleute muss aber gesagt sein, dass der Verdienst, der dem Schwager vom Buttenhoffscher Seite zufloss, ihre Sympathien nicht beeinflusst hatte. Da sprach Ernsteres mit. Man frage einmal auf der ganzen Oder bei den Kapitänen und den Schiffern, ob es wohl kinderlose Ehepaare gäbe. Und wo sie einem wirklich begegnen, da forsche man nach, ob es immer so gewesen sei. Kapitäns- und Schiffer-Ehepaare, alle haben sie ein Kind an die Oder verloren. Alle haben sie es erfahren oder gar selbst mit ansehen müssen, wie ihr Kleines von der Strömung fortgerissen wurde und wie auch die Männer auf den hinteren Kähnen es nicht retten konnten, weil der Schleppdampfer und seine Kähne das Wasser zu sehr unter sich ziehen. Und stürzte ein Kind vom ersten Kahn oder gar vom Dampfer, dann gab man bald jeden Versuch auf, das Ertrinkende noch zu greifen. Die hohen Wellen des Raddampfers schlagen jeden, der untergeht, so tief, dass er sofort unter den ersten Schleppkahn gedrückt wird und nicht mehr hochkommt. Keiner fährt im Schleppzug Strom auf, der nicht von einem Kapitän oder den anderen Schiffseignern darum weiß und die muntere Frau Kapitän Woitschach vermochte es nicht zu begreifen, dass die Menschen auf der Oder einem Kindergram sein können und nicht in ihm ein kleines Stück vom eigenen, ertrunkenen Liebling wiedererkennen. Immerzu sehnten sich ihre gutmütigen, braunen Hände nach Wilhelmines blonden Locken. Wilhelmine aber kostete ganz den Ruhm aus, als braves Kind zu gelten. Sie gefiel sich außerordentlich in der neuen, völlig ungewohnten Lage. Auf ihrem Kahn, dann bürstete sie in ihrem wilden Haar herum, griff zur lange abgelehnten Schürze, schlug die Wimpern mehr als üblich nieder und zwang sich zu einem langsamen, feierlichen Gang. Nur dieser plötzlich ausgebrochenen Sanftheit war es zu danken, dass die Verhandlungen mit den Männern über die unerwarteten großen Arbeiten so glimpflich verliefen. Wilhelmine Buttenhoff fluchte nicht ein einziges Mal und war sich selber ganz fremd. Der bequeme Schlangenmensch Gura war seltsamerweise am ehesten für das von der Schiffseignerin vorgebrachte Anliegen erwärmt. Dass sie einmal nicht schnauzte, macht ihn erstaunlich dienstbereit und gut gelaunt. Und da es sich überdies um eine Arbeit handelte, die einen schönen Effekt haben sollte, hatte er sogar ein wenig Freude daran. Allerdings wäre er mehr fürs Anmalen selbst gewesen, als für die ganze Hobelei und Hämerei. Die Helene wird himmlisch aussehen, übertrieb er schon wieder, und man wird schlank von der Arbeit. Winderlich fühlte sich persönlich gekränkt. Er manikürte sich während der Unterredung mit einer alten, winzig kleinen Nagelfeile aus einem Taschennecessär, das einen Lotteriegewinn dargestellt hatte. In seinen vornehmen Fantasien hatte er sich ausgedacht, er wäre als berühmter Artist in einem eleganten und stillen Badeort zu einem Sommeraufenthalt in völliger Zurückgezogenheit eingetroffen. Nun sollte er sich in dieser barbarischen Hitze schinden. Ist es denn wirklich nötig? Schaukelte er mit dem Kopf verzweifelt hin und her und stieß beim Maniküren mit dem Ellenbogen immerzu heimlich an Guras Arm. Aber diesmal war der Schlangenmensch unerbittlich auf Seiten der Fleißigen. Das angekündigte Blau hatte es auch ihm angetan. Wilhelmine verstieg sich zu der Anrede Herr. Herr Winderlich, flötete sie, ich habe mich mit einem befreundeten Kapitäns-Ehepaar darüber beraten. Die Reparatur ist notwendig, weil wir vermutlich an einen der besten Schleppdampfer kommen. Also der CWV, sprach der Onkel bewundernd dazwischen. Aber Wilhelmine zwinkerte ihm höflich verweisend zu. So weit waren doch die Beziehungen mit dem Kapitän Woitschach noch gar nicht gediehen. Der alte Latasch fühlte sich so harten Strapazen im Sommer nicht mehr gewachsen. Der schafft das nicht mehr, flüsterte Müßiggang dem Mündel zu, als er merkte, es wolle streng antworten. Man einigte sich, dass Latasch mit seiner kolossalen Redegewandtheit als Rekommandeur und seiner lauten Stimme die Oberleitung übernehmen sollte. Gleich machte er versöhnt wieder Ulk und wandte sich verständlicherweise an den mürrisch seine Nägel feilenden Wunderlich. Und wenn ich mit meiner Zauberei dienen könnte, gleich setzte ich eine fix und fertig blaue Helene aufs Wasser. Winderlich sah sich so eingekreist, dass ihm gar nichts anderes übrig blieb, als sich weltmännisch zu benehmen und Wilhelmines Idee immerhin sehr beachtlich zu finden. Die Macht sich, zollte auch der Steuermann der Schiffseignerin, dem Vormund gegenüber, Beifall und zog sich die Krempe seines riesigen Strohhutes ins Gesicht. Ihm konnte nur daran gelegen sein, wenn der Aufenthalt in Köben schließlich noch länger dauerte, als der niedrige Wasserstand. Denn er hatte guten Anschluss gefunden für die Musestunden und entdeckte wieder einmal, dass auch das Land durchaus seine Vorteile zu bieten hatte. Bis man selbst einmal seinen eigenen Kahn mit einer Schiffersfrau hatte oder wieder Kraftakt war und mit Frau und Kostümkoffern von einem Engagement ins andere fuhr. Fordern war immer nur voller Tätigkeitsdrang und Abwechslungsbedürfnis, aber eine kleine Anfrage konnte er sich nicht verkneifen. Ob es eine Zulage geben würde, außer dem üblichen freien Aufenthalt und der Verpflegung auf dem Kahn Helene. Eine ganz kleine Zulage, damit man sich einmal ein Eis kaufen könne. Da fiel Wilhelmine in den alten Ton zurück, trotz der gekletterten Locken und der frischen Schürze. Für dich, luder Kerl, überhaupt, wohl für Zigaretten auch noch. Der Onkel war dem Schiffsjungen wirklich gram. Nee, so gastig zu reden. Die Kleine hier kann sich überhaupt keinmal ein Himbeereis antun, so wie sie für uns sorgt. Oder meinst du, Rotzbengel, sie lässt sich den Kahn zu ihrem Vergnügen für das teure Geld anstreichen? Und das will ich dir auch bloß sagen, Mindel, wenn ich auch schon sehr tapprig bin. Ich motsche hiermit, wo ich nur kann. Der Alte macht sich auch, musste der Steuermann zum zweiten Male eine anerkennende Äußerung tun und gab dem Schiffsjungen einen Klaps, der völlig ernst gemeint war und auch wirklich wehtat. 13. Kapitel Die steinernen Bänke Auf der Helene war ein solches Rumoren, dass das Pony Handchen in seinem Verschlag am Heck öfters wild wurde. Andauernd stieß jemand mit Balken an die Stallwand oder der Boden zitterte unter Handchen von ununterbrochenen Hammerschlägen. Handchen, das sonst böse Pferd, wurde dann mit der Zeit, als es gar kein Ende nahm, ganz scheu und verängstigt. Da kam Wilhelmine auf den guten Gedanken, Handchen auf die Weide zu bringen. Aber das alles kostete Geld und noch einmal Geld. Der Magistrat Köben selbst meldete sich auf die Angaben einiger Spaziergänge hin und wollte es nicht glauben, dass ein altes Russenpferd auf dem Lansch jener Wiese zwischen Stadt und Hafen von einem alten Mann herumgeführt würde und außerdem auch noch Possentriebe. Latasch war mit der Aufsicht über Handchen beauftragt worden, weil es die Handwerker auf der Helene störte, dass er immerzu so laut brüllte, als lüde er zum Besuch einer Schaubude ein. Arbeiten, meine Herren! Und da Wilhelmine auch mithalf, konnte Latasch sogar bei seinen alten Redensarten bleiben. Ans Werk, ans einzige noch nie dagewesene Werk, meine Damen und Herren! Auch Sie, junger Mann, müssen mit dieser Weltattraktion bekannt werden! Letzteres galt Gura persönlich, weil seine Arbeitswilligkeit ebenso wenig vorhielt wie Wilhelmines Bravheit. Der feine Winderlich erhob als erster Einspruch gegen das Treiben des alten Rekommandeurs und Zauberkünstlers. Gerade als Latasch mit ausladenden Bewegungen von dem erhöhten Steuerplatz her rief, eins, zwei, drei, noch ein Hammerschlag, meine Herrschaften, und die neue Planke sitzt fest im Holz, warf Winderlich sein Beil hin und erklärte aufgebracht, der Kollege mache ihn völlig nervös. Er müsse seine Arbeit niederlegen, wenn das noch so weitergehe. So weit war die Stimmung schon wieder artistisch geworden, dass er von Kollege sprach. Da erfand Wilhelmine Buttenhoff den neuen Dienst für Herrn Latasch. Der fühlte sich nur geschmeichelt. Mit Handchen wusste außer der jungen Schiffseignerin eben nur er umzugehen. Die Handchen hatte nun einmal ihre Mucken und allein ihm gegenüber ließ sie davon ab, weil er zu der seligen Emma-Lebzeiten nach jeder Vorstellung das Pony hinter dem Vorhang in Empfang genommen hatte, während sich die Gattin draußen noch mit vielen Verneigungen nach rechts und links und der Mitte für den Applaus bedankte. Handchen erschien nach ihrem Auftritt nie mehr an der Rampe, weil Latasch ihr immer gleich den Kopfputz abband und zwei Zuckerstückchen für sie bereit hielt. Ihn kannte sie von damals noch gut und für ihre Beziehungen zueinander machte es gar nichts aus, dass Handchen immer schlechter sah. Handchen war auch nur noch in ihrem Verschlag auf dem Kahn außer Rand und Band gewesen. Im Freien macht sie keine großen Sprünge mehr und da sie an Weite nie gewöhnt gewesen war, begnügte sie sich auch mit einem begrenzten Rasenfleck als Weide. Nach einer geraumen Ruhezeit war es Handchen immer nicht unangenehm, wenn der alte Mann ihr ein paar Kunststückchen von früher aufgab. Auch ohne die roten Zäume und die Federbüsche machte sie das sehr gern. Ohne Publikum, ganz für sich selbst. Die frische Luft regte sie so an. Denn bei den einstigen schweren Vorführungen hatte sie manchmal richtig Atemnot bekommen. Die Köbener Bürger wollten aber alles das nicht ohne weiteres dulden. Und so begab sich der Stadtpolizist zu Herrn Lattersch und dem Pferde auf die Wiese. Die Köbener waren stolz auf ihren Polizisten, weil er Schupouniform trug, wie sie in den Großstädten üblich ist. Sie hatten es noch immer nicht begriffen, dass es aufhört mit dem Besonderen in den kleinen Städten. Antenne ist Antenne, Auto, Auto, elektrisch Licht, elektrisch Licht, Schupo, Schupo und Ordnung, Ordnung. Und deshalb bekam die Schiffseignerin Botenhof ein Strafmandat, dem nach Zahlung einer für Wilhelmine im Augenblick kaum erschwinglichen Summe die Erlaubnis folgte, das Pferd dürfe täglich zwei Stunden auf dem Lunch grasen. Jedes Mal, wenn Lattersch sein altes Pferdchen wieder über den Steg in seinen Verschlag führte, staunte er, welche Fortschritte die Ausbesserungsarbeiten an der Helene von Tag zu Tag gemacht hatten. Überall in der aufgerauten dunklen Bordwand saßen helle neue Balken. Der Geruch von frischem Holz kam zum Ufer. Hobelspäne und Holzstücke schwammen um die Helene und legten sich als gelber Ring um den Kahn. Das Wasser im Hafen wurde dadurch noch trüber, als es im staubigen Sommer sowieso schon war. Wilhelmine legte den Hammer aus der Hand und unterbrach ihre Arbeit. Sie war fleißig mit Tätig, sobald sie nicht in der Küche stecken musste. Sie nahm Lattersch das Pferd ab und Handchen tat entgegen ihrer Gewohnheit ein bisschen zärtlich. Hol uns Wasser aus der nächsten Pumpe, bat Wilhelmine den Mann, damit er nicht wieder erst anfing, auf dem Kahn herumzuschwattronieren. Das Hafenwasser ist so schlecht, dass ich es gar nicht abkochen mag. Lattersch suchte auch gleichgehorsam Kanne und Eimer, was bei der augenblicklichen Unordnung auf dem Kahn nicht so einfach war. Das lernt ihr nun auch kennen, meinte das Kind ziemlich ernst. Auf der Oder leben und kein Wasser haben. Unter diesem Mangel litt man sehr. Er erschwerte die Arbeit. Die Leute waren leicht gereizt. Es war nur gut, dass die spöttischen Zurufe von den anderen Schiffern aufgehört hatten, weil man sich allmählich an die unglaublichen Vorgänge auf den Buttenhofschen Karne gewöhnte. In den ersten Tagen war es nur immer so gegangen. Ihr baut wohl einen neuen Zirkus. Und? Nun ja, den Pferdestall fanden wir schon immer ein bisserl eng. Für die Köbener Einwohner war die Schiffsrenovation eine große Sache, jedenfalls soweit sie arbeitslos waren. Von früh um acht bis mittags um zwölf und von eins bis um sieben pünktlich beobachteten die Köbener Arbeitslosen das Werk der Artisten und Maler. Und zwar von zwei steinernen Bänken unter den gewaltigen Akazien am Hafen aus. Die linke Bank gehörte, als wäre es Brauch und Überlieferung, den jungen Arbeitslosen, die rechte den alten. Um acht Uhr, jeden Morgen wie gesagt, verabredete man sich. Mit dem ersten Schlag der Mittagsklocken ging man auseinander und fand sich nach genau einer Stunde wieder ein, um sich erst mit den Abendglocken wieder zu trennen. In den Stunden, die man am Hafen verbrachte, wurden Karten gespielt. Auf beiden Bänken, bei den Jungen, bei den Alten. An den Enden der Bank drängten sich die Männer dicht zusammen. In der Mitte blieb ein Platz frei und wer nun gar keinen Fleck zum Sitzen mehr fand, der hockte breitbeinig auf der Lehne und schmiss von oben seine Schellenkönige und Herzasse. Dazu wurde Pfeife geraucht. Nicht nur während des stundenlangen Skates, auch auf dem Weg von und nach Hause. Gab es dann und wann auch einmal eine Abwechslung, waren es die Versuche, etwas Vernünftiges zu angeln. Meist gingen sie fehl. Jetzt hatten die Arbeitslosen aber eine Unterbrechung. Die Gespräche über den Kahn. Fordern, der sehr rasch einmal in die Stadt hinüberlaufen musste, um Nägel zu holen oder Blech zum Beschlagen zu bestellen, hatte man schon ein paar Mal herangewinkt und mit einer letzten Zigarette aus zerknüllter Schachtel bestochen, ein wenig zu erzählen. Wem der Kahn gehöre, wer das alles bezahle, ob man fertig würde, wie viele Leute vielleicht noch gebraucht werden könnten. Fordern renommierte nach Herzenslust. Am Sonnabend kam Wilhelmine mit ihrer alten Ledertasche selbst an den Bänken vorüber. Sie hatte für den Sonntag eingeholt. Die alten Männer trauten sich nicht recht, obwohl lebhafte Verhandlungen mit der anderen Bank stattgefunden hatten. Die jungen Leute riefen die kleine Buttenhoff bescheiden heran. Und dann rückten sie mit ihrer Bitte heraus. Ob der Kahn wirklich ihr gehöre, wer das alles bezahle, ob man fertig würde, wie viele Leute noch gebraucht werden könnten. Wilhelmine fühlte sich sehr geehrt. Sie wollte sich gleich zu den netten Burschen setzen. Aber da auf dem Mittelplatz Karten lagen, stellte sie nur ihre Tasche ab und kletterte hinten herum auf die Lehne. Und die beiden Männer dort machten ihr höflich Platz. Es gefiel ihr gut, so zu sitzen. Trotzdem war ihr ernst zumute. Ist ja alles Unfug, was mein Bootsjunge geredet hat. Gar kein Geld hab ich. Und die paar Leute, die ich durchhalten muss, sind alle Erwerbslose wie sie. Gelernte Arbeiter? Nee. Ausgesteuerte Artisten. Und ein arbeitsloses Zirkuspony hätten sie auch unten. Da kam ihr ein glänzender Einfall. Sie klopfte den beiden jungen Leuten, die rechts und links unter ihr saßen, vergnügt auf die blauen Mützen. Weil ich gar nichts für sie tun kann, werden wir ihnen Sonntag eine Vorstellung geben. Die Burschen wurden misstrauisch. Kostenlos. Eintritt frei, beruhigte die Buttenhof und machte eine einladende Bewegung auch zu der anderen Bank hinüber. Die älteren Männer traten schwerfällig näher. Sie fasste den Entschluss ohne große Bedenken, weil sie ihr Rückgrat durch Herrn und Frau Kapitän äußerlich gestärkt fühlte. Außerdem gab sie sehr weit einen Einblick in ihre Gedanken. Außerdem hält es mir meine Radau-Brüder bei Laune. Die wollen mal wieder einen ordentlichen Feds machen. Sie hopste vorn über die Bank, griff ihre Einkaufstasche auf und rannte zum Schiffssteg hinunter. Nach ein paar Schritten wandte sie sich mit gerötetem Gesicht noch einmal um. Und meinem Jungen lasse ich vom Steuermann ein paar ordentliche Dinger löschen. Wir danken schön, riefen die Arbeitslosen von beiden Bänken und bitte vergiss es nicht. Aber sie meinten die kostenlose Vorstellung. 14. Kapitel Der Ehrenplatz Wilhelmine hatte etwas zu viel versprochen. Am nächsten Sonntag war die Aufführung noch nicht möglich. Ohne jede Probe wollten die Männer auch keineswegs auftreten. Namentlich hatte aber fordern vor, sich etwas einzuüben. Mit dem bloßen Kostümieren und dem Harmonikaspiel durfte die neue Vorstellung für ihn nicht mehr abgetan werden. Die kleine Peinlichkeit mit dem Steuermann war rasch vergessen. Er schüttelte alles schleunigst von sich ab und war immer ganz bei jeder neuen Sache. Ratschlagen vorwärts und rückwärts das war jetzt der einzige Inhalt seiner Gedanken und das höchste Ziel seines Ehrgeizes. Die Zeit für die Proben war abgesehen von Handchen und Lattersch allseits schwer aufzubringen. Gegen die Tagesarbeit ihrem Ende zu sackte man todmüde zusammen und war zu nichts mehr zu gebrauchen. Ganz allein Wilhelmine wollte nichts von Ruhe wissen. Unter den Farbtöpfen, die Herrn Senft Lebensgeselle und Lehrling in einem Winkel sorgsam zusammengeräumt hatten, suchte sie sich Pinsel und eine Büchse mit Blau hervor und lackierte, bis Dämmerung und Mückengewirr es unmöglich machten, am Geländer ihrer Kajütentreppe herum. Von den Weidenbüschen her schwärmten die Mücken heran, als brüteten dort noch sumpfige Stellen vom letzten Hochwasser immer neue Tausende aus. Mit ihr jammerten und resonierten die beiden jungen Männer und der Bootsjunge. Denn seit man die alten Segeltücher ans Ufer geschleppt und auf einen Haufen geworfen hatte, schliefen sie manchmal auf dem Ballensegel trüben, weil es in Laube und Koje zum Ersticken war. Die Mücken gehören nun mal zur Oder, gab Wilhelmine endlich kleinmütig zu und klagte nicht mehr. Unter all den Mühen der Menschen strahlte der Kahn Helene in immer blauerem Glanz. Die Renovation war beendet, die Sonne zum Trocknen sogar erwünscht. Nur am Segel nähte man noch. Dann kamen die Proben an die Reihe und kurz vor dem großen Sonntag der Vorstellung, die nun zu einer Einweihungsfeier des blauen Schiffes wurde, hielt Wilhelmine plötzlich ihre ganze Mannschaft dazu an, Wimpel zu nähen und sie an Schnüre zu heften. Die Malergehilfen hatten es beim Meister und seiner Verwandtschaft erzählt, wie viel herrlicher noch alles werden sollte auf der Helene und von der Vorstellung war auch Verschiedenes durchgesickert. Herr Kapitän, Frau Kapitän, Schwester und Schwager sagten sich daraufhin zur Besichtigung des Kahnes und als Zuschauer für die Galapremiere an. Die Buttenhof tat sich sehr. So überaus erfreut die kleine Schiffseignerin sich aber zeigte, konnte sie doch eine gewisse Bedrücktheit nicht verbergen. Jetzt sind doch alle Schiffer neidisch auf meinen neuen Kahn und dass sie als Kapitänsleute mich besucht haben. Und wenn wir auch noch wieder Zirkus und die Polizei auch der Köbener Schupo, wo sie nicht mal Handchen umsonst weiden lassen. Frau Kapitän Woitschach entfaltete eine Geschäftstätigkeit, als sollte sie binnen zwei Tagen auch einen ganzen Schleppkahn renovieren, einen Zirkus begründen und die gesamte Polizei einer Reform unterziehen. Otto hieß es ohne Kapitän ist keine Disziplin im Schleppzug. Dem Buttenhofkinde sein Kapitän ist auf dem Lande bei der Tochter und dem Schwiegersohn. Wir gehen auf alle Kähne und sorgen, dass das Mädel seine Ruhe hat. Bisschen fein musst du es anfangen. Sie sollen ihre Kinder ermahnen, dass sie am Sonntag das gute Werk für die Arbeitslosen nicht stören. Und ich werde sie in Wilhelmines Namen einladen. Herr Bürgermeister ereiferte sich die Frau. Keine Lustbarkeit, Herr Bürgermeister. Die Künstler nehmen ja keinen Eintritt. Eine reine Wohltätigkeitsvorstellung, Herr Bürgermeister. Die Einmischung des Kapitäns-Ehepaars übte eine erstaunliche Wirkung aus, auch wenn ein paar Missgünstige noch auf den schönen Verdienst der Malerverwandtschaft anspielten. Den Ausschlag gab aber, dass der Magistrat den Lunch für den Sonntagnachmittag von drei bis sechs zur Verfügung stellte. Unter Aufsicht des Schupos. So lange reichte ja das Repertoire der Schiffsartisten gar nicht aus. Eine Stunde höchstens, auch wenn man Vordans Springerei mit einrechnete. Der Lunch war voll Sonne und Menschen. Im Kreise lagerten sich die Arbeitslosen von beiden Bänken mit ihrem ganzen Anhang. Sie wurden von den Schifferfamilien umschlossen, deren Vergnügungssucht größer war als ihre böse Gesinnung gegen die Helene. Außerdem wollten sie ihren Kindern endlich was bieten und dachten gar nicht mal mehr so übel von der ganzen Sache. Von der Stadtpromenade her fanden sich endlich noch Sonntagsspaziergänger ein und stellten sich, was anstrengend war, auf die Zehenspitzen. Aber da der Boden auf dem Lunch so hart gedörrt war, sank man wenigstens nicht ein. Für Herrn und Frau Kapitän hatte man die Bank von Wilhelminis Kahn auf die Wiese geschafft. Weil sie aber Platz für vier Personen bot, durften sich der Schupo und Wilhelmine in ihrem schwarzen Kleide zu den Gönnern setzen. Von einem Auftreten mit ihrem Tanz aus der Schifferschule in Fürstenberg wollte die Kleine nichts mehr wissen. Sie war erdrückt von Verantwortlichkeitsgefühl und musste sehr oft gähnen, weil sie sich wirklich in den letzten Wochen zu viel zugemutet hatte. Die Künstler steckten alle in der Mitte des freigelassenen Kreises in einem Zelt. Das alte Segel verrichtete noch ganz gute Dienste. Forderns Harmonikaspiel war zum Beginn der Vorstellung nicht so stimmungsvoll wie das Glockengeläut von der katholischen Kirche her. Eine Viertelstunde lang drei ganze Pulse wurde geläutet, weil es auch fromme Leute in Köben gab, die in den Nachmittagsgottesdienst gingen, statt in den Schifffahrtszirkus. Fordern fand auch sonst nicht so viel Beifall. Sportliches beherrschte ein großer Teil der Zuschauer nun einmal selbst zu gut. Der alte Müßiggang, mit seinen noch immer erstaunlichen Kräften dagegen, machte aber einigen Eindruck. Alles rein Artistische wurde sehr beklatscht, da man dergleichen so lange nicht gesehen hatte. Der Schlangenmensch, von der vielen Arbeit endlich schlanker geworden, stand auf der Mitte zwischen Sport und Kunst. Deshalb fand er im selben Maße Bewunderung wie nüchterne Abschätzung. Winderlich war nur in Gruppen zu verwenden, weil er aus dem Leben mit Frau und Sohn nicht anderes gewöhnt war. Latasch mit seinen Zaubereien rückte durchaus in den Vordergrund. Er war so ungeduldig, dass man seine Nummer vorverlegte. Den Höhepunkt bildete das Pony mit seinen Glocken. Die Frau Kapitän fasste Wilhelmine immer zu an den Arm. Es müsste auf eine große Varietébühne, flüsterte sie, als säße man in einer Parkettreihe. Nee, dazu ist es nicht mehr jung genug, wirbelten die Locken hin und her, und Wilhelmine war voller Wärme für ihr böses, altes, geschicktes Pferdchen. Sie wäre am liebsten zu ihm gelaufen und allein mit ihm auf dem Lunch zur Weide gegangen. Jedenfalls sah sie über die Vorführung hinweg in das Grün und die Wolken und wurde gewahr, dass der starre, blaue, durchsonnte Himmel eine bleierne Färbung erhielt, von der sich rundgeballte, dichte, weiße Wolken scharf umrandet abhoben. In ihrer Mitte wuchs ein dunkler Fleck und zerteilte sich in seinem Kern nicht mehr. Wilhelmine stieß beglückt mit dem Ellenbogen in Frau Woitschachs Hüfte, aber die war ganz bei der Zauberei und Springerei, den Kunststücken und der Musik. Richtig aufgeregt machte sie ihren Mann auf alles aufmerksam. Die Schwüle lähmte sie nicht, obwohl sich der eine oder andere Zuschauer müde ins Gras niedersetzte. Schließlich hatten ja auch allein Kapitäns, die Budenhof und der Schupo, der jung und vergnügten mehr als alle Erwachsenen lachte, von Anfang an eine Bank gehabt und konnten es aushalten. Frau Senftleben war sehr neidisch auf die Schwester. Man war zwar eingeladen, aber ohne Sitzplatz. Ins Gras wollte sie sich im guten Kleide nicht setzen. Otto, suchte die Kapitänsfrau auch ihren Mann anzuregen. Wie wär's Otto? Was meinst du Otto? Er murmelte zurück. Wenn's mit dem Wasserstand gerade klappt, Ladung hat sie ja nicht mehr. Er wollte ungestört zusehen. Ohne Sorge forderte zum Ringkampf heraus, der für die Arbeitslosen interessanteste Teil des Programms begann. Dann tuschelte wieder die Frau und er beruhigte sie, teils weil es so in seinem Wesen lag und teils weil er Recht hatte. Ach nee, nee, für die Weinernte war die viele Sonne gar nicht so schlecht. Der quietschige Grünberger braucht Sonne und Sonne. Wilhelmine ahnte nicht, was über sie beschlossen wurde. Denn an den Schupo gedrückt war sie eingeschlafen. Und der Mann saß still da und tat, als merkte er es nicht. Sonst hätte er sich vor den Leuten schämen müssen. Aber in die Hände klatschte er nicht mehr, während die feindseligsten Schiffer sich nicht genug tun konnten. Es galt Handchens neuem Auftritt. Auch Frau Woitschach nahm am allgemeinen Applaus nicht mehr teil. Sie musste die Hände frei haben, um das Kind vom Schupo hinweg auf ihren Schoß zu ziehen. Was sie mit Otto verabredet hatte, wollte sie an die Kleine weitermelden. Und da sah sie, dass Wilhelmine festschlief. Die Luft drückt so, darum ist das Kind so müde. Es wird ein Gewitter kommen, nickte die Frau dem jungen Manne zu. Gegen einen Polizeibeamten wollte sie nicht unhöflich sein. Der Schupo hob den Kopf und fuhr sich mit zwei Fingern in den heißen Kragen seiner Uniform. Wenn es über die Oder kann, Frau Kapitän. 15. Kapitel Ordre zurück Zwei Gewitter standen über dem Fluss. Es war, als ginge es die Erde trunnten gar nichts an, als bedrohten sich die dunklen Wolken mit ihrem Donner gegenseitig. Wenn wir wenigstens eines bekämen, seufzte ohne Sorge aus einem Spalt des Zeltes, in dem sich die Artisten nach der Vorstellung umzogen. Mit diesem Blick und dieser Äußerung erwies er sich als ein guter Schiffer, obwohl er eben den Triumph erlebt hatte, drei Partner aus dem Publikum glatt hinzulegen. Nicht etwa deswegen, sondern weil man sich vor dem aufziehenden Wetter fürchtete, hatte eine allgemeine Flucht eingesetzt. Wilhelmine war davon erwacht und hatte auf die schweren Wolken gesehen, wie ein Kind, den man die Lichter des Weihnachtsbaumes anzündete, während es noch schlummerte. Seit vielen Wochen war das nicht gewesen. Die Schwalben kreuzten tief über der Oder, verhaltener Donner bebte über der Flussebene und einzelne große Tropfen mahnten daran, die Festtagswimpel der Helene einzuziehen. Mit keinem Gedanken trauerte Wilhelmine um den frischen Anstrich ihres Kahns. Nichts Schöneres konnte für sie geschehen, als wenn endlich Blitze losbrechen und die Regenwolken aufrissen. Aber trocken und düster ballte Wolke sich gegen Wolke. Die Gewitter stauten sich über dem Strom. Wenn's auch hier nichts wird, sprach die Buttenhof aus der Kajütenluke zu Lattasch hinauf, der Handchen in ihrem Stall anband. Die Fliegenbisse waren für Tier und Menschen so schmerzhaft, wie sie es nur vor einem Gewitter sind. Auch wenn es hier nichts wird, wiederholte Wilhelmine zögernd, weiter oben werden dann schon Gewitterregen gewesen sein und es gibt wieder Wasser. In den Pappeln der nahen Buhne hörte man den Wind die Blätter wenden und herumwirbeln. Es klang wie Regen. Doch der Sturm blieb trocken, nur grauer Staub wehte über den Landschinn. Die Oder wurde zur Grenze zweier Gewitter, die sich jenseits des anderen Ufers nicht entfalten konnten, so sehr sie hinüberträngten. Den ganzen späten Nachmittag und Abend hindurch kreisten sie in engem Zirkel den Fluss hinauf, den Fluss hinab. Durch die offenen Bullaugen über ihrem Bett hörte Wilhelmine nachts die Regentropfen auf dem Wasserspringen. Kühler Wind wehte bis in den letzten Winkel des engen Kajütenraumes. Die Oder warf am Morgen kleine Wellen, die Ufer waren vom Regen und leichten Nebel wie verhängt. Die Frau Kapitän fand dennoch gut über den Steg zur Helene. Nun würde das Wasser wieder steigen, erredeten die Ältere und die kleine Frauensperson. Sehr bald würde die Oder wieder steigen. Noch von der trockenen Zeit her hätten der Kapitän für den CWV für den Fall einer Verbesserung des Wasserstandes Order zurück. Und da die Helene ohne Ladung wäre, es könnte doch unter Umständen sehr gut sein, sich sobald in Stettin nach neuer Fracht umzusehen und mit dem CWV hinunter zu fahren. Wie sonst nur die Express Frachter stimmte das Kind begierig zu. So schnell würde es gehen, derartig fix, dass der Dampfer einen Tag heraussparen könnte. Für einen Aufenthalt in Tschischertzik erklärte die Kapitänin, denn da die seichte Zeit bis in den September gedauert habe, kämen sie vielleicht gerade zum Winzersonntag zurecht, an dem sie im Grünberger Weinland die Ernte eröffneten. Da das immer ein großes Fest für den ganzen Oder Strich dort sei, hätten sie, die Kapitänin und der Kapitän gedacht, die butenhoffschen Leute sollten dort doch mal eine von ihren herrlichen Vorstellungen geben. Und gar kein Geld verlange der CWV, weil es ja für seine Tour so wenig ausmache, ob ein Leerkahn angeschlossen sei oder nicht. Denn Wilhelmine hatte etwas ängstliche Augen bekommen. Sie verfügte über die Männer hinweg. Das wusste sie zur Genüge, wie angenehm denen der neue Plan sein würde. Selbst ohne Sorge, den doch eigentlich manches in Köben halten musste, war begeistert. Er eigentlich am meisten. Er fand, dass die Oder verständiger sei als die Menschen. Gerade wenn so eine Sommerliebesgeschichte zu Ende gehen sollte, nach dem unerforschlichen Willen eines Mannes, schickte die Oder Fahrwasser und man konnte los. Tausend Dinge verrieten den Aufbruch auch der anderen Kähne. Die Schiffer und ihre Frauen hatten vom ersten Regentage an so viel zu tun, dass sie gar nicht darauf achteten, wenn es zwischen Kapitäns und der Butenhof jetzt immer hin und her ging. Die Mütter erledigten ihre Einkäufe für die neue ein und Kollege Woitschach verhandelte mit ihm, dass die Helene sich seiner Orde zurück anschließen dürfe. Wilhelmine sah das zurückgezahlte Schleppgeld sehr gern in ihrem Schube, sie war jetzt recht knapp an Mitteln. Der CWV musste extra von Steinau heraufkommen, die Helene zu holen. Ehe es die Leute im übrigen Schleppzug noch ganz begriffen, warf der Woitschachsche Raddampfer rückwärts heranbrausend im Hafen gerade seinen Steg ein, als sich am Ufer ganz genau gegenüber die Arbeitslosen von den Bänken versammelten und zwei von den jungen Leuten schwenkten eine reizende blau bemalte Futterkrippe hoch in der Luft und riefen Wartet doch noch unser Abschiedsgeschenk für das Fräulein. Das Fräulein rannte an die Bordkante, bedankte sich und schrie immerzu hoch erfreut und gerührt zu ihren Freunden hinüber. Fürs Handchen selbst gezimmert, vielen schönen Dank auch und blau bemalt. Die Männer drüben schlugen die Jackenkragen hoch, weil es ihnen in den Hals regnete und schüttelten sich, aber sie hielten Stand, bis Kahn und Dampfer sich in Bewegung setzten. Der Steuermann nahm die Putsche zum Abstoßen zur Hand, der Kapitän sprach in sein Messingrohr und wieder einmal trennte sich der Kahn Helene Sie musste es vom Deck her ganz auskosten, dass sie eine Abschiedsdeputation zurückließ und wollte ganz genau wissen, ob man ihren Aufbruch auf den Kähnen im Hafen auch genügend beachtete. Nur durfte sie ihren Triumph nicht so weit genießen, dass sie die Wimpel aufmachte. Der Regen rauschte zu dicht. Die anderen Kähne krochen langsam die ersten Meter Strom auf, als Rädern des CWV. Ohne Farbe, ohne Leuchten lag der Fluss im regentrüben Land. Dunkel stießen aus all den Häfen die Schleppkinne auf den Strom hinaus und verschwanden im herabgedrückten Rauch ihres Dampfer und im Nebel der Oder Niederung. Allein das blaue Schiff war wie ein letztes Sommerlicht über dem Fluss. Die Regentropfen sprangen wie Silberkugeln von der Wasserfläche auf und zersprühten wie Brunnenspiele. Vor der Abfahrt hatte Wilhelmine Butenhof sich mit Frau Kapitän Woitschach noch über die Einladung auf dem CWV die kleine Kajüte zu beziehen unterhalten. Aber Wilhelmines Überzeugung ging nun einmal dahin, dass Kapitänsfrauen auf ihren Dampfer gehören und Schifferfrauen auf ihren Kahn. Sie scheute sich gar nicht, es so auszusprechen. Schließlich wurde man schon Fräulein tituliert. In Glogau wurde angelegt, obwohl keine Notwendigkeit vorlag. So oft es aber nur möglich war, bestand Frau Kapitän Woitschach auf diesem Aufenthalt. Vor ihrer kleinen Tochter letzter Fahrt war man in Glogau zum letzten Mal an Land gewesen. In Filkes Spiel und Galanterie Waren Geschäft am Ring. Wenn man in Glogau Halt machte, stand der Besuch bei Filke als letzter und wichtigster Punkt als feierlicher Abschluss auf dem Programm. Und jedes Mal musste die Mutter dem Kind versichern, dass Herr Filke wirklich nicht der Weihnachtsmann wäre. Ganz geheuer war es ihren Mädchen nie damit gewesen. Die guten braunen Augen, der weiße Bart, das hohe Alter, die Pelzmütze, die Herr Filke auch im Laden trug, die Anhäufung von Spielwaren um ihn. Das konnte einen schon daran irre machen, dass der richtige Weihnachtsmann auf einem weißen Schiff die Oder herab käme, vom märischen Gesenke von der Quelle her und dass er immer auf der Oder Hause, im Sommer an einer geheimen vereisten Buhne, die niemand kenne, da wo die Eisschollen herstammen, die Brega Gänse, dort sollte die Höhle sein, hinter dem Olauer Walde. Das Kapitäns Töchterchen war sehr für das Poetische gewesen und niemand wusste, woher sie das hatte. Aber die Mutter meinte später, bei Kindern, die sehr zeitig sterben, dürfe einen das nicht Wunder nehmen. Immerzu wollte das Kind Märchen erzählt haben und am liebsten hatte es die alte Odersage aus Klogau. Immer auf dem Rückweg von Filke war sie wieder fällig, auf der düsteren Straße, die an dem grauen Block des Schlosses vorüberführte, das die seinen scharfen Giebeln. Die Kapitänsfrau erzählt ihrem Kinde etwas zu derb und zu schnell. Das Kleine war meist unzufrieden und ruhte nicht eher, bis die Mutter die traurige und liebliche Geschichte Wort für Wort auswendig lernte, wie sie in dem niederschlesischen Heimatkalender gedruckt stand. Als die Kapitänin heute nun nach Jahren wieder mit einem blonden Mädchen an der Hand die alten Wege hier ging, musste ihr ja alles wieder einfallen, haarscharf. Mit Wilhelmine Herrn Filke in seinem Spielwarengeschäft zu besuchen, das allein hatte sie nicht fertig gebracht. Nur in der Konditorei nebenan war man gewesen. Und da war es nun derselbe Weg zum Hafen. Am Torbogen der Schlosseinfahrt fing sie mit der Geschichte an. Und am Kloster konnte sie schon ohne Nachdenken alles auswendig sagen. Wie ein Knabe sich Oder nannte, weil er am Ufer des Flusses aufgefunden worden war und nichts über seine Herkunft zu sagen wusste. Wie er mit den Wassertropfen des Stromes spielte und in ihm sich spiegelte, weil er keine Gefährten fand um seiner Seltsamkeit willen. Wie er heimkehrte in sein weites kühles Vaterhaus den Fluss. Wilhelmines Stimme war nicht so ganz sicher und noch eine kleine Spur rauer als gewöhnlich, als sie fragte. Dann sind sie wohl manchmal gar nicht so traurig, dass ihr kleines Mädchen auch bei der Oder ist, Frau Kapitän. Und dann meinte sie noch altklug, ich will ihnen etwas sagen, für mich ist ihre Geschichte zu fein, aber sie müssten sie einmal Onkels Großneffen dem Michel in Zeuthen erzählen. Ich glaube, der versteht so etwas gut, weil er so traurige Augen hat und die Oder auch so gern mag. Schade, dass wir einen Zeuthen nicht auch noch anlegen können. Nun werden sie ihn nicht kennenlernen, aber ich werde ihnen sein Haus zeigen und die Fischertreppe, die er immer hinauf geht zu seinem Fräulein Zerline. Und nun erzählte Wilhelmine ihrerseits eine Geschichte und es war die von Michel, dem Flittermantel und dem Dampfer. Es lag wohl daran, dass man auf Zeuthen zufuhr. Aber schon oberhalb der Zeuthener Fischerei, an den breiten grünen Hügeln der Nenkersdorfer Schweiz, machte Frau Kapitän ganz wider Wilhelmines Erwarten die Bekanntschaft ihres Freundes, wenigstens aus geringer Entfernung. Michel Burda hatte Wilhelmines Rat befolgt und in seinen Musestunden des Vaters dürftigen Marketender Betrieb etwas ausgebaut. Das hieß, er führte mehr Ware mit sich und wagte sich ein erhebliches Stück weiter auf den Fluss hinaus. So hatte er sich heute von einem der ersten Schleppzüge, die schon wieder von Stettin herauf kamen, bis fast nach Tschirne, nach des tollen Grafen Pückler Tschirne mitziehen lassen ein Kahn oder Dampfer Strom absichtbar wurde, damit er ihm den Rest seiner Ware aufschwatzte. Das machte den Vater, allen Vorschlägen, in die Marketenderei etwas zu stecken, immer wesentlich zugänglicher, wenn Michel mit leerem Boot heimkam. Der feine blaue Kahn, der da als Expressfrachter mit dem Dampfer CWV auftauchte, erschien dem Jungen als geeignete Kundschaft. Da man in Klogau zu Woitschach nicht unangenehm, sich noch einmal verprovianzieren zu können. Michel legte am Raddampfer besonders vorsichtig an, und Wilhelmine rannte fassungslos ans Bug. Frau Kapitän, Frau Kapitän, schrie sie durch den Trichter ihrer Hände. Das ist er, das ist er, er soll auch zu uns kommen. Michel Burda musste sich damit beeilen, weil der Zeuthner Hafen schon ganz nahe war und er es nicht mehr wagte, auf einen neuen Schleppzug für die Fahrt strom auf zu hoffen, falls er sich jetzt zu weit mittreiben ließ. Ganz flüchtig durfte er sich nur mit Wilhelmine begrüßen. Na siehst du, sagte sie, und raffte in höchster Eile den ersten frischen Zeuthener Pflaumenkuchen in ihre Schürze. Und mit dir geht's ja immer höher hinaus, vermochte er gerade noch Buddenhoff gar nicht mehr herbeirufen. Er tröstete sich mit dem Pflaumenkuchen leicht darüber, dass er aus purer Bequemlichkeit nur unten aus dem Bullauge auf die Heimat hinüber geschaut hatte und um die Begegnung mit einem Familienmitglied gekommen war. Der Onkel fand mit der ganzen Verwandtschaftsgeschichte nicht alles so, wie es sein musste. Er gehörte zu dem blutsfremden Mündel und sein Schwestersohn zu Fräulein Zerline. Frau Kapitän Woitschach räumte indessen ihre von Michel erstandenen Tüten und Päckchen in den Kajütenspind. Es gibt gar nicht so viele Kinder, wie die alten Leute brauchen, dachte sie dabei. Nur die jungen Ehepaare wollen immer keine Kinder. Siebzehntes Kapitel Wimpel, Hüte und Grünberger Wein Dreimal in ihrem Lauf fließt die Oder lange durch Wälder hin. Bis zu den Sandstreifen der Weiden bestandenen Buhnen hinunter zieht sich die tiefe Wirnis uralter Bäume. Eichen, Linden, Buchen, Ahorn und Kastanien schließen ihre Äste zu machtvollen Bögen über wildem Bärengesträuch und tiefen stillen Seen von unheimlichem glattem Schwarz zusammen. Oder Waldblumen leuchtender, größer, fremder als die Blumen des Landes sind mit Schilf und Binsen gemengt. Blätterranken umwinden die Stämme, ziehen sich schwebend von Krone zu Krone und schwanken lange, wenn der tiefe Flug eines Flussreihers sie streifte oder ein Storchenpaar aus der Weite niederstieß zu einem übersonnten Sumpf, den tausend und abertausend kleine Blüten von Wasserschling gewächsen, dunkelgrün wie mit Moos und Silber bedecken. Einmal im Jahr ist die Oder mit den Windungen ihres Waldes einem Regenbogen gleich, wenn die letzten schweren Gewitter des Hochsommers neues, schwellendes blaues Wasser brachten und alle die dunkelstämmigen hohen Bäume den Glanz der Sonne widerstrahlen, die eine Reifezeit und eine Erntezeit der Felder hindurch über ihnen ruhte. Der Himmel wird durchsichtiger, ferner und kühler. Die Blätter fallen blassgelb und dunkelrot in unentwegtem Taumel auf die Ufer nieder, wehen in die Strömung, treiben mit den Wolken hin, die sich im Flusse spiegeln. Dann fahrt Strom ab, ihr schweres Segel auf, der Mast wird gerichtet, der Kreuzsteg oben und unten an ihm fest gehämmert, der Herbstwind wirft sich in das graue Tuch und stolzer und festlicher schwimmen die Schiffe dahin. Die Zurufe der Männer von Kahn zu Kahn sind froher und lauter als sonst. Wilhelmine Buttenhoff wusste sich vor Stolz gar nicht zu fassen. Was sie wohl auf den bekannten Kähnen sagen mochten, die einem begegneten oder die man überholte, das namentlich, wenn die Helene an ihnen vorüberflog, neu und blau, als Expressfrachter vom Raddampfer CWV in Schlepptau genommen. Für sie war es überflüssig, die Segelbahn aufzurollen. Aber die Männer auf ihrem Schiff mussten ein Übriges tun und das Segel hervorholen, obwohl die Frau Kapitän trüben vom Heck des Dampfers aus fragende Gebärden machte. Wilhelmine nickte nur immer freundlich. Doch, doch, ohne Segel wäre es für sie kein richtiger Herbst auf ihrem Kahn und ihrer Oder gewesen. Nun sah sie die Hände auf dem Rücken und den Kopf emporgestreckt, wie der Wind körbevoll gelber Blätter in die Segel warf und über ihr blaues Schiff ausschüttete. Und da es nicht mehr weit war bis Grünberg und bis Tschertsik konnte niemand das kleine Mädchen auslachen, dass es auch die Wimpel und die Fahne ihrer Helene flattern sehen wollte. Leuchtend blau, bunt behängt mit geschwelltem neuen weißen Segel, von der Wolke des Dampferrauches freundlich umhüllt und mit den Gaben der herbstlichen Bäume bestreut, glitt der Kahn aus dem Walde und winkte mit seinen Wimpeln und Fahnen den sandigen Hügeln des Weinlandes. Auch andere Kähne strebten nur langsamer zum gleichen Ziel. Wer es nur irgend einrichten konnte, wollte am Winzerfest in Tschischertsik noch teilnehmen. Von Grünberg bis zum Dorfe Tschischertsik wölbten sich die kleinen gelben Berge, mit niedrigen, buschigen Weinstöcken bepflanzt in breiten Wellen. An ihrem Fuß liegt Dorf bei Dorf. Die Häusergruppen sind nicht durch Felder, sondern durch üppige Obstgärten miteinander verbunden. Wie droben im Oderwald die Eichen und Buchen, so wachsen hier über Kürbissen, Astern, Malven und Gladiolen die Birnen, Äpfel, Nuss und Pflaumenbäume am Ufer und Zweige mit runden, wechselnden Kartäusern und rauen, fiedrigen Quitten hängen auf den Rand des Stromes herab. Jeder der Gärten hat in seinem Lattenzaun eine Tür zum Ufer, zum Steg und zum Pfahl, an den der schmale, schwarze Kleinkahn gebunden ist. Die Früchte in der Niederung sind saftig und schwer. Der Wein auf den Hügeln reift nur in kleinen, dürren Reben am Stock. Denn es ist das nördlichste Weinland der Erde. Die Menschen dort wissen es und zeigen ihren Stolz darauf. Wenn die Weinlese beginnen soll, begehen sie am Sonntag zuvor ein hohes Fest. Schon am Sonnabend kann jeder es merken, dass große Dinge sich anbahnen wollen. Ginge es biblisch zu, so stünde in diesen September Tagen über dem einzigen hochgelegenen Oberdorf ein heller Stern, genau über der Mitte der Weinberge, über der Kirche von Tschischertzig. Aus den Gärtendörfern der Ebene, vom sandigen Hügelland her, aus den ruhigen, dunklen Waldhügeln weiter südwärts, pilgern schon am Sonnabend die Frauen nach dem Festort. Und es ist, als gelte ihre Wallfahrt einer Göttin dieses Weinlandes. Die heißt Fräulein Speer und ihr gehört das einzige Putzgeschäft der ganzen Gegend. Einmal im Jahr, vor dem Weinlesesonntag sprechen die Frauen am rechten Oderufer in weiter Runde von Fräulein Speer. Sie selbst vergisst es dann, dass sie außer der Ausübung ihrer modischen Macht noch ein wenig mit Spielzeug handelt, kleinen, verkrauten und verbogenen Wattekätzchen. Nicht einmal dazu kommt sie wie sonst, Sommers und Winters, auf dem lila Kachelofen in ihrem Laden, ihr Mittag- und Abendessen zu kochen. Zu diesem Zweck muss sie immer auf einen Stuhl steigen. Das ist eben das Zeitraubende. Am Weinlesesonnabend hat Fräulein Speer ihr Schaufenster umzugruppieren. Hüte für Sommer und Winter liegen immer gleichzeitig darin. Auch die kleinen Wattekätzchen sind immer wieder hübsch. Aber zu dem großen Sonnabend schmückt sie ihr Fenster mit ein paar Weinranken. Und das ist immer das Zeichen, dass eine neue Saison begonnen habe. Von den späten Nachmittagsstunden an kommen die Frauen den sandigen Berg herauf. Den Rebenstöcken, durch die sie wanderten, schenken sie keinen Blick. Vom Stand der Ernte würden sie sich am Morgen überzeugen. Auch die riesigen Türme der bereitgestellten ineinander geschachtelten Traubenkörbe beachten sie nicht und halten sich nicht an der Kirche auf, obwohl kleine Kastenwagen mit Girlanden an dem offenen Portal und der Sakristeitür stehen. Morgen werden diese Girlanden in der Kirche aufgespannt sein und Kreuze, Anker und Herzen aus roten und gelben und weißen Papierrosen werden leise raschelnd an ihnen hin- und herschaukeln. Die Frauen gucken nicht einmal auf das Fräuleins Fenster, mag auch das Fräulein darin zeigen, was die Frauen lieben, zu Wasser und zu Lande. Sie lassen die Türglocke anhaltend läuten, bis sie sich durch die halboffene, schmale Tür gezwingt und die beiden Stufen in den dämmerigen Raum hinab getastet haben. Das Fräulein verkauft nur bei Lampenlicht. Im Laden sind vier Schnüre von Ecke zu Hüte. Sie hocken, soweit sie Federn haben, droben wie Flussreier und Odermöwen, wie Zwerghühner und Struphühner, Malleienhühner und sogenannte Italiener. Andere Hüte hängen wie Zweige mit Pflaumen und Kirschen herab, wie Ehrenbündel und Sträuße von Korn und Mohn. In roher und rührender Weise tragen diese Hüte zum Schmuck, was die einen dieser Frauen Jahr aus Jahr einpflanzen und Ernten und was die anderen manchmal ersehnen, wenn ihr Kahn an Feldern und Gärten vorüberfährt und nur nachts fern von ihnen vor Anker geht. Das ist der Reichtum dieses Ladens. Alle Unterschiede der Jahreszeiten haben aufgehört. Jahr um Jahr reifen auf den Hüten in des Fräuleins Putzgeschäft Kirschen und Pflaumen zu einer Zeit. Was soll angesichts solchen Wunders noch ein Wechsel der Modelle? Verschämt und glücklich im Bewusstsein gutes Geld im Portemonnaie zu haben, für das man etwas verlangen kann, stehen die Frauen vor der lodernden Fülle ihnen vertrauter Ernteschönheit auf kleinen, steifen, schwarzen und braunen Tellerchen aus hartem Bast und Filz. Wie sollte eine dieser Frauen einer dieser Hüte nicht kleiden? Sie setzen ihn vor einmal so und finden es immer richtig. Wilhelmine Puttenhoff steht mitten unter ihnen und ist fest gewillt, anlässlich des morgigen Festes, ihre Trauer endgültig abzulegen. Sie drängt sich so vor und benimmt sich so laut, dass Fräulein Speer ihr ganz ängstlich den Hut hinüberreicht, den Wilhelmine sich mit beiden Händen aus einem ganzen Berg herausgreift. Kunterbunt und beglückend reich voller Blumen, Möwenflügel und Band, das alle Wahl verstummt vor diesem Werk des Fräuleins, auch wenn es für eine ganz erwachsene Frauensperson bestimmt ist. Die Putzmacherin drückt an Wilhelmines Locken herum. Der Hut ist dem Fräulein zu klein, will sie ihre Kundin streng reell bedienen. Dann werde ich ihn eben höher tragen, antwortet ihr die junge Schiffseignerin voller unerwarteter Güte und in ihrer gewohnten Entschlossenheit. Das Fräulein hat den Frauen, ja, schnell muss das Fräulein an diesem Sonnabend sein, ihre Hüte in gediegene Beutel verpackt und die Frauen verlassen fröhlich mit großen guten Huttüten den Laden und wünschen Fräulein Speer einen guten Festtag. Mit einem breiten stillen Glanz auf ihren Gesichtern gehen die einen ihren Gehüften, die anderen ihren Kähnen zu. In ihren Händen tragen sie beseligendes Eigentum und haben ihre Genüge allein an ihm und haben Teil an aller Erfüllung. Für die Männer ist die Wahl des Feiertagshutes natürlich einfacher. Die von den Schleppkähnen mit ihren bunten großen Strohhüten suchen sich am Sonntagmorgen die blaue Tuchmütze mit dem gestickten Anker über dem Schilde hervor. Die Gäste auf dem Weinfest, die aus der Gegend südlich der Oderstamm sind Holzbauern aus den Hügelwäldern und setzen sich festtags ihren Zylinder auf. Wohnen Bauern auf dem nördlichen Ufer, so verlassen sie ihr Gartentor an diesen Tage nicht ohne die Kapitänsmütze auf dem Stoppelhaar. Die Heidebauern aber, die weiterher von Karolatt und Hohenborau aus der Heide kommen, mit dem Fahrrad, meist ein Kind auf der Lenkstange, führen zum letzten Mal ihren derb geflochtenen Strohhut aus. Dann laufen sie Barenhauptes, bis die Frau ihnen um den Toten Sonntag herum die Pelzmütze aus dem Mottenkasten aufs Fensterbrett zum Lüften legt. Die vom südlichen Ufer setzen mit Pferd und Wagen auf der Fähre über und sehen die Oder nicht und reden vom Holzgeschäft und denken an den Gasthof, in dem die Flaschen mit dem alten Jahrgang Grünberger Wein aufgestapelt stehen. Die Gartenbauern von der Nordseite sind guten Mutes, sich endlich einmal wieder ordentlich mit Schiffersleuten über die Oder unterhalten zu können. Wann das Hochwasser kommen wird, ob es diesmal etwa ganz ausbleiben könnte, ob sie etwa einmal ohne Furcht vor der Oder sich auf die nächste Obsternte freuen dürften und auf dem Wege dem alten Jahrgang Grünberger den Garaus zu machen und die Ernte der Nachbarn Winzer mit zu eröffnen, stecken sie sich noch William Christ Birnen und Butter Birnen rechts und links in die Jackentaschen. Eine Gruppe aber, und sie ist von Wichtigkeit, trifft den Hanomag und kleinem Opel ein, mit Baskenmütze, Sportmütze und grauem, regulärem Herrenfilz. Das sind Weinhändler. Sie allein sind missvergnügt. Grämlich schlendern sie durch die Weinberge, zupfen an den spärlichen grünen kleinen Trauben und zucken die Achseln. Der wird wie der vorige Jahrgang garantiert, beruhigt sie der Winzer und schenkt ihnen in der Tür seiner Hütte in die bauchigen Gläser mit dem dicken Fuß bis zum Rande ein. Eben deshalb verziehen die Herren das Gesicht und schieben ihren grauen Konfektionshut in den Nacken. Mit Seidenband, Blumen und Möwenflügeln auf dem Haupte, rauscht Wilhelmine Puttenhoff an ihnen vorüber. Ein Schluck gefällig, ruft ihr der Winzer nach. Ich danke, neigt das Kind den schweren Hut. Ich muss schleunigst in die Traube. Meine Leute beginnen jetzt gleich mit der Vorstellung. Ach, das ist die, löst der Winzer den Händlern das Rätsel. 18. Kapitel Große Wäsche Die Helene hatte von Tschischer Zick ab so etwas wie Ladung. Im leeren Laderaum war in einem Winkel zwischen zwei Schütten Stroh eine erhebliche Anzahl Flaschen Grünberger Wein aufgeschichtet. Ein Korb mit Birnen und ein Korb mit frühen Äpfeln, eine geflochtene Schwinge mit Pflaumen und ein Sack mit grünen Nüssen füllten die oberen Ecken ganz schön aus. Die Winzer in Tschischer Zick und ihre bäuerlichen Nachbarn hatten es gar nicht begreifen können, dass man ihnen eine so hübsche und komische Aufführung ganz umsonst bot. Aber der Vormund und das Mündel hatten immer zu sehr, aber auch wirklich sehr bedauert, nichts nehmen zu dürfen. Da hatten die dankbaren Zuschauer sich nicht lumpen lassen wollen und versprochen, sich in Naturalien erkenntlich zu zeigen. Anderen Leuten gegenüber aber, die von dieser Verhandlung nichts wussten, hatte die Frau Kapitän zur rechten Zeit das rechte Wort gefunden. Die rechte Zeit war der Moment, in dem man gerade die Schlussnummer so belachte und von den langen Bänken und Tischen im Saal aus dem Pony Handchen begeistert zutrank. Nein, fordern dürfen sie wirklich nichts, gab die angesehene Kapitänin rechts und links Auskunft. Aber natürlich dürfen sie ruhig ein bisschen Geld schenken. Die Kleine erhält ja ganz allein die vielen erwerbslosen Artisten und will noch viel mehr dazu holen auf ihren Kahn. Da griffen die Leute rechts und links von der Frau Kapitän tatsächlich, wenn auch mit Vorsicht und Überlegung in ihre Tasche. Eine blaue Kapitänsmütze, ein schwarzer Zylinder und der graue Filzhut eines umgestimmten Weinkaufmanns gingen durch die Saalreihen von Hand zu Hand. Zehn Pfennigstücke, 50 Pfennigstücke, doch die galten dann für eine ganze Familie. Fünf und zwei Pfenniger wurden nach der Vorstellung in der allein von Wilhelmine Buttenhoff beherrschten Damengarderobe neben der Bühne aus den Hüten gestürzt. Die beiden Markstücke hatten Herr und Frau Kapitän Woitschach eingeschmuggelt. Mit der Sammlung war ihr Ziel erreicht, dem Kinde einen kleinen Ausgleich zu schaffen für die enormen Ausgaben, die es mit der Renovation seines Karnes gehabt hatte und von denen es sich gar nicht erholen konnte, weil zu viele Anforderungen durch die Beköstigung der Männer gestellt wurden. Wilhelmine wachte eisern darüber, dass alles unter ihrem Gewahrsam blieb, das Geld, der Wein, die Früchte. Trotzdem war sie keineswegs besonders guter Laune, als die Fahrt am Montag weiterging. Die Männer wollten zum zweiten Frühstück eine Flasche Wein. Sie suchten die Buttenhoff lustig zu überrumpeln. Wilhelmine war auf Deck nicht zu finden. Sie hockte auf ihrem Bett und hatte ihren Hut vor. Einer nach dem anderen versammelten sich die Männer um sie, saßen um den Tisch, lehnten am Wandschrank und von der Höhe seines Federbettes her grollte ihnen das Kind. Es hatte die Beine gekreuzt und seinen kostbaren Hut zwischen die Knie geklemmt, riss an den Möwenflügeln, zerrte an den Schleifen, zerknüllte die Krempe und drückte die Kopfform ein. Gebt keinen Wein, brummte Wilhelmine. Weiß überhaupt noch nicht, ob ich nicht alles zurückschicke. Die Männer konnten sich nur ansehen. Die haben sich ja ganz gemein benommen, tobte es auf dem Bett weiter und die Blumen aus Samt und Tüll fielen auf den Boden. Wie ich mir abends meine Einkaufstasche geholt hatte und das Geld auf den Kahn tragen wollte. Tüksche Esther, erst haben sie so freundlich getan. Und dann zeigte sich Gura vor allem gespannt, weil er sich nicht vorzustellen vermochte, dass jemand einmal auch einer Wilhelmine Buttenhoff grob gekommen sein konnte. Meinen Hut haben sie ausgelacht, gestand sie, und schob die Unterlippe vor und die Augenbrauen verschwanden unter den Stirnlocken. Nee, aber du lieber Himmel, jammerte der Onkel, der das gut verstehen konnte, mehr über die überflüssige große Ausgabe im Putzgeschäft als über sein beleidigtes Mündel. Aber deshalb darfst du doch nicht so ein schmuckes Ding kaputt machen. Den hätten dir ja die feinsten Damen in Stettin noch abkaufen können vielleicht. Vielleicht, äffte Wilhelmine ihm nach, vielleicht passt. Vielleicht setze ich mich auch drauf. Winterlich befürchtete noch schlimmere Ausdrücke und erhob sich. In der Nähe der Tür hatte er eine Fluchtmöglichkeit. Deshalb wagte er einen Einwand. Das hübsche glatte Seidenband hättest du mir aber wirklich lieber als Schlips schenken können. Du mich auch, schaukelte die Kleine wütend auf dem Hut. Und mit den Möwenflügeln hätte ich mir vielleicht ein ulkiges Zauberstückel ausgedacht, klagte der alte Lattersch. Hab selber schon gezaubert, zog Wilhelmine das zerpresste Filzwrack hervor und warf es über die Köpfe ihrer Leute hinweg mitten auf den Tisch. Das geht aber wirklich nicht, schimpfte der Steuermann und stieß wütend den Tisch von sich, wie du mit uns umspringst. Du kannst halt doch nicht ganz den Hut, flüsterte Wilhelmine leise und tief. Sie stemmte die Hände in die Kissen und sah von droben mit weiten Augen auf den jungen Mann, der so schallt. Und dann gruben sich ihre Locken in das Federbett und die Männer blickten betreten vor sich flennig strich Gura sich mit beiden Händen nervös über Scheitel und kahle Stellen seines Hauptes. Wilhelmine rührte sich nicht. Den Vieren fordern war am Steuer geblieben, war es nicht geheuer und sie verschwanden einer nach dem anderen, am letzten der Onkel. Als er wieder auf Deck war, winkte ihn Frau Woitschach ans Buch. Nicht erklären konnte sie sich, warum heut, ausgerechnet heut, zwischen ihr und dem Buttenhof Kinde nicht die übliche Begrüßung von Dampferheck zu Kahnbuck stattfand. Der alte tat bedenklich und unsicher, als er Auskunft gab. Eben, eben, Frau Kapitän, eben, eben, unser Mädel stößt heute der Bock. Unser Kind ist heut gar sehr schlechter Laune, Frau Kapitän. Aber deren wegen sind wir unserem Mindel noch nicht böse. Er rief laut genug und Frau Woitschach verstand ihn und gab sich zufrieden, obwohl sie ein wenig enttäuscht war. Müßiggang ließ es keine Ruhe. Er kletterte wieder in Wilhelmines Kajüte hinunter bis zur halben Treppe. Die Kleine hatte sich ihre Blechwaschschüssel auf den Küchenstuhl gestellt, tauchte das Handtuch ein und fuhr sich viele Male über das Gesicht. Schweigend hängte sie ihren Spiegel an einen Wandhaken, holte die Bürste, den Kamm, strich die Locken seitlich und hinten über. Die Augen waren sehr dunkel und unter der Nase musste Wilhelmine sich noch ein paar Tropfen wegwischen. Da werde ich mir nun meinen Sack packen. Als rechtes Schifferkind gab es für sie keinen Korb und keinen Koffer und mein Paket verschnüren. Jetzt wurde der Vormund aber grimmig. Er schallt. Nur so ein dummes gequatsche, so ein dämliches, nee, so zu reden, weil, und das dir ohne Sorge, das ist doch noch gar kein Grund, wenn du, und er hat dir auch, Wilhelmine schüttelte den Kopf langsam und sanft, weil ich in die Schule muss, Onkel. Da war der Onkel aber bei ihr unten. Also was das betrifft, nee, das ist ja, du lieber Himmel, ach, du lieber Himmel. Hilft gar nichts, Onkel, wehrte Wilhelmine ab und räumte ihre Waschschüssel weg, damit der Vormund sitzen konnte. Gerade die große Wäsche kann ich noch fertig machen. Und dann sind wir in Fürstenberg und der Dampfer nimmt Kohle und ich muss vom Kahn und die Winterschule geht los, weil es 1. Oktober ist. In knapp zehn Minuten musste es der Onkel dem Winterlich dem Gura Lattersch dem Steuermann und dem Bootsjungen erzählt haben. Denn als Wilhelmine sehr artig bat, einer möchte ihr doch ein paar Eimer Wasser raufwinden, stürzten die Männer nur so nach Kanne, Tau und Eimer. Ohne Sorge rannte in die Küche hinunter und stellte am Heck das Waschschaf auf. Fordern kramte in den Persilkasten der feine Winterlich versicherte, Alle brachten ihre Bündelwäsche. Fordern sollte bei Wilhelmine bleiben und ihr Auswinden helfen. Lattersch kam noch ein zweites Mal. Handchens samt Schabracke unter dem Arm, ob das Ding sich nicht auch waschen ließe, vielleicht. Du bist doch ein selten dämliches Luder, zog Müßiggang ihn am Ärmel zurück. Wilhelmines Locken verschwanden fast im Seifenschaum. Fordern wand ein Tischtuch Neunzehntes Kapitel Diebstahl in der Männerkoje Neben Winterlichs Plättbrett häuften sich die Wäschestöße, aber noch immer flatterte es um den ganzen Kahn herum von weißen Tüchern, bunten Hemden, rotgekästelten Bettziechen. Es war nicht fertig zu werden. Wilhelmine, Gura und Fordern nahm die Wäsche ab, warfen die Klammern in einen Sack, falteten das Leinenzeug in einen Korb und den mussten die beiden alten Männer dann zu winderlich hintragen. Auch hatten sie die Wäsche zu legen. Beim Schlagen und Ziehen der großen Laken kamen sie ins Lachen. So traurig sie auch im Gedanken an Wilhelmine Buttenhoffs unmittelbar bevorstehenden Abschied waren. Aber beim Wäsche legen kommt ein Jedes ins Gealbere, rechtfertigte sich der Zauberkünstler und Rekommandeur mit einer unumstößlichen Lebensweisheit. Mit dem Schlangen Menschen mühte Wilhelmine sich im Nu die Wäsche einer ganzen Leine aufzuraffen, weil eine Schnur gerissen war und die Männer Unterhosen und Mädchenhemden in die Oder zu wehen drohte. Der Steuermann verließ ungern seinen wichtigen Platz. Er war nicht ungefällig, wenn er sich nicht mehr an gemeinsamen Werk beteiligte. Ich habe auch schon viel Kummer gehabt, gestand Gura, als schlafen konnte. Und die sind immer so teuer. Ja, ja, warnte ihn das Kind, du lebst am allerteuersten, Haarwasser und Brustpulver, und Schlafmittel sagst du nun auch noch. Sparen tue ich schon, suchte der Schwarze sich kleinlaut in ein besseres Licht zu stellen. Aber bei mir haben muss ich immer ein Röhrchen mit Schlafpillen, sonst wird mir Himmel Angst, wenn ich nicht weiß, du hast ja welche im Koffer unterm Bett. Ob das nicht gefährlich ist, wenn du nun mal aus Versehen nachts zu viel ist von den Pillen? Sind ja weiter keine Bösartigen, die wären zu teuer, und das hätte ich dir nicht antun mögen, wo du schließlich alles für uns bezahlen musst. Nee, nee, gefährlich sind die nicht und ohne Rezept. Bloß wenn man zu zeitig geweckt wird, da ist man dann ganz taumelig. Wenn es hier auf dem Kahn passierte, direkt ins Wasser könnte man da fallen, und das wäre natürlich gefährlich. Weil du schisser nicht schwimmen kannst, bedauerte ihn Wilhelmine, also ganz dösig so, torkelte sie ihm vor, und Gura war bewegt über ihre Anteilnahme. Wie freundlich die wehmütige Stimmung vor der Trennung selbst die grobe Butenhof machte. Wilhelmine war aber nur voller List. Ein böser Gedanke ging ihr nicht mehr aus dem Sinn. Gura flötete sie, und er glaubte heute tatsächlich nicht viel vom Mittagsbrot vertilgen zu können, trotz der Anstrengungen am Morgen. Das kleine Mädchen rührte einen ja zu sehr. Gura, heute nach dem Essen dürft ihr euch jeder eine ganze Flasche Wein nehmen. Weil ihr mir so schön geholfen habt und weil man einen Abschied feiern muss. Das muss man, bedankte sich der Schlangenmensch auch für die Kollegen und sah an den fromm aufgeschlagenen Kinderaugen vorbei. Ich darf doch nicht besoffen im Schiffer Kinderheim ankommen, weigerte sich Wilhelmine, als die Männer verlangten, sie müsse ihnen auch zu prosten. Nein, nein, auf den Wein sollte es niemand schieben dürfen, plante die Kleine, als sie ein einziges Schlücklein genehmigte. Aber damit ich nicht so trocken bei euch sitze, gab sie sich leichter, werde ich mir ein Tippel Kaffee kochen. Kaum war sie drunten an ihrem Herd, schoss sie schon wieder nach oben und flitzte an den Männern vorüber. Ich suche mir nur schnell bei euch ein bisser Kornfrank, ich habe keinen mehr zum Kaffee. Die Männer waren ein bisschen schwer vom säuerlichen Wein, Darauf hatte sie auch spekuliert. Der Kaffee Zusatz war ihr gleichgültig. Guras Liederlichkeit machte ihr mehr zu schaffen. Die Männerkoje war so eng und dunkel und nun sollte Wilhelmine auch noch unter dem Bett herum kriechen. Socken, ein zerflettertes Buch, Schlipse, ein Kamm, das fühlte sie deutlich in des Schlangenmenschen Koffer. Nun rollte sie auch eine kleine Glastube zwischen ihren Fingern, schüttelte sie, hörte Tabletten klappern. Dein Kaffee ist wohl reichlich bitter, fragte Winderlich später. Dann ist er aber gut. Er kannte sich nun einmal vorzüglich in allen Qualitätsfragen einer nobleren Welt aus. Wilhelmine schlürfte mit Todesverachtung ihren dünnen Kaffee samt dem von ihr verordneten Sonderzusatz. Ich möchte nämlich ein bisschen frisch sein, weil wir doch heute ziemlich geschuftet haben. Brauchen die in Fürstenberg erst groß etwas davon zu merken? Nein, das brauchten sie nicht. Die verständen auch nichts von den Sorgen eines kleinen Mädchens, das einen eigenen Kahn besitzt. Mir ist nämlich nicht ganz gut, sonst hätte ich schon ein Gläsel mit euch getrunken. Legt ihr euch nur noch eine Weile hin, damit wir in Fürstenberg noch ein paar vernünftige Sätze miteinander reden können. Ich packe jetzt. Wilhelmine tat es auch gleich und hockte eine halbe Stunde vor Fürstenberg neben ihren Sachen. Der Bett und Kleidersack war ordentlich verschnürt, nur der Karton mit der Wäsche und den Schuhen hatte rechts und links ein paar Beulen, sodass er etwas klaffte. Wilhelmine trug wieder ihre komplette Trauerkleidung. Der neue Hut, selbst wenn er in all seiner Pracht noch vorhanden gewesen wäre, hätte auch schließlich für die Ankunft in der Winterschule für Schifferkinder nicht ganz gepasst. Als die Butenhof-Tochter die Einfahrt vor Fürstenberg geringschätzig und feindselig verfolgte, hatten ihre Augen etwas Unerbittliches. Das also wollte auch Oder heißen, die Ufer hier. Das sollte sich die Oder wohl etwas drauf einbilden, dass man ihr gerade noch erlaubte, durch zementierte Kaimauern hindurch zu fließen. Herbstliche Bäume, Krane und Schornsteine, weiter Septemberhimmel, breite, graue Eisenbrücken, vor denen der CWV seinen Schornstein umlegen musste, Stromschnellen, aus denen manchmal ein Fisch aufsprang, Strudel, um die in den Grund gerammten Steinpfeiler und braunen, gewaltigen Holzpflöcke, die eine freie Durchfahrt hinderten, Stauungen von Dampfern und Kähnen zur Kanalfahrt bereit, untreu der Oder, Brunen, Weiden, Wälder, Fabriken, rote Ziegelspeicher, eine Werft, vor der auseinandergerissene Schiffsteile auf dem Trockendock lagen, auf der Böschungshöhe gepflasterte Wege, Krafthäuser, Signale, Schienen für die Treidel-Lokomotiven, Der Flug eines Flussreiers, der Kuckucksruf aus der Tiefe des Oderwaldes, Rauchschwaden und Sirenengeheul, eilige Barkassen und Hammergeläut. Die Oder soll sich wohl noch groß bedanken, kreiste derselbe Gedanke schon wieder durch Wilhelmines Kopf, dass sie überhaupt durch die Zementmauern fließen darf. Der CWV tutete lange und laut. Die Schaufelräder änderten ihren Takt, der Steuermann griff zur Potsche, der Helene die Richtung nach links zur Hafenmündung zu geben. Die Frau Kapitän erschien mit einem Körbchen voller Geschenke für die Dampferdeck. Fordern machte sich am Steg zu schaffen, legte das Brett bereit zum Aussteigen. Links hinüber zum Hafen links hinüber, bohrte es in Wilhelmines Gehirn. Links hinüber mit dem Gepäck zum Steg. Der Karton ist so schwer, ich werde ihn in die rechte Hand nehmen. Aber es zieht mich so nach links. Um ein Haar atmete der Bootsjunge schwer. Ich habe sie gerade gekommen. Am Kai barmte Frau Woitschach um das Kind. Keinen Tropfen Wein hat sie zum Abschied getrunken, bezeugten die Männer vom Kahn Helene, der etwas misstrauischen und neidischen Mannschaft vom CWV und schwankten ein bisschen. Die Wilhelmine keinen Tropfen, im Gegenteil, Kaffee zum Ermuntern. Der ganze Dampfer außer dem Kapitän erschien. Da tragt nur den Sack und das Paket vorläufig zurück. Und das Mindel bringt mir in seine Kajüte, befahl Frau Woitschach und knöpfte dabei den Kragen und die Ärmel des kleinen Mädchens auf. Und holt mir einer den nächsten Doktor. Sie Sie hat schon zum Mittag beim Wäscheabnehmen ein paar Mal so getorkelt, machte der Schlangenmensch die Sache noch schlimmer und begriff nicht das Mindeste. Dabei hätte er sich nun zwei oder drei Flaschen Haarwasser und viele Schachteln Zigaretten in aller Ehrbarkeit als Schweigegeld erpressen können. Nicht den Doktor stammelte Wilhelmine schwach, zwischen Ohnesorges und Winterlichs Armen wankend nur aufs Bett und die Frau Kapitän soll bei mir bleiben. Wo können wir denn jetzt das Kind hier lassen? Schlug die ihre Hände über der hohen Frisur zusammen und niemand kann sagen, ob vor Kummer oder freudiger Überraschung. Der Kapitän kam sich einmischen. Nun waren sie alle an Bord der Helene. Aber weiter müssen wir. Klogau und Tschischertzig haben uns lange genug aufgehalten. Ich nehme nur noch die Kohle auf und dann los. Da holte erst keiner den nächsten Arzt. Keinen Doktor wehrte das Kind mit müde vom Bett herabhängende Hand ab. Der kann auch nicht mehr kommen mein Herzerl. Aber ich werde dich schon kurieren rumorte Frau Woitschach mit Umschlägen Zuckerwassergläsern Baldrian und Wärmflasche. Die Schaufelräder des grauen CWV mit seinem goldverzierten Bug warfen schon wieder ihre hohen schäumenden Wellen und überstäubten die Bullaugen des buttenhofschen Schiffslazaretts mit unzähligen Tropfen. Zwanzigstes Kapitel Streik und Gefahr Dem tatkräftigen Kinde gefiel es zunächst ganz gut blass müde und umhegt im Bett zu liegen. Wilhelmine hauchte mehr als sie sprach. In jede neue Lage versetzte sie sich mit aller Inbrunst. Nachdem sie den letzten Rest des Schlafmittels ausgeschlafen hatte, stellte sich allerdings Heißhunger bei ihr ein. Sie unterdrückte ihn gewaltsam. Darüber wurden ihr die Schwierigkeiten bewusst, vor die sie plötzlich gestellt war. Sie durfte nicht gesund werden. Da mit Gura alles geglückt war, hatte ihr Schwächeanfall weiter als der Anfang einer schweren Erkrankung zu gelten. Woher sie nehmen, ohne dass es auffiel. Wie sich leidend verhalten, wenn man nicht einmal wusste, wie man sich bei den verschiedenen Unpässlichkeiten zu benehmen hatte. Wilhelmine Peer Eisenbahn. Denn das war klar, der Rektor der Schifferschule würde den Dingen keineswegs ihren Lauf lassen. Wilhelmine konnte es sich gut ausdenken, wie hässlich man in Fürstenberg wieder von ihr reden mochte. Bei Kunstreitern treibt die Buttenhoff- Wilhelmine sich rum. Schulfieber hat sie, die Polizei wird sie holen. Jetzt war ihr aber wirklich schlecht im Magen. Sie sah es in ihrer Kabine von Ärzten, Polizisten und Rektoren nur so wimmeln und eine ganze Klasse von Ordnungsschülerinnen mit ausgestreckten Zeigefinger auf sie deuten. Die wird nicht konfirmiert und hat dabei ihren Vormund vom Pastor bekommen. Das Kind warf sich in seinem Bett unruhig hin und her. Will es immer noch nicht besser werden, schaltfrau Kapitän bekümmert und war unglücklich, dass der letzte Marketender weder Rindfleisch für eine Brühe noch Eier unter seiner Ware an Bord gehabt hatte. Viel zu gut will es werden, hätte Wilhelmine am liebsten losgeheult. Von Brühe und Eiern vermochte sie gar nichts zu hören. Aber ihr blieb kein anderes Mittel als der Hungerstreik. Und jeden der Männer, der sich an der Kajütentür nach dem Zustand des Mädchens erkundigen kam, musste Frau Woitschach enttäuschen. Sie ist nichts, nicht einen Bissen will sie haben. Gura behauptete, das sei die schwerste Krankheit, die er je mit angesehen habe. Nach ein paar Tagen fanden auch die anderen nicht so übertrieben, was er sagte. Wilhelmine war wie verfallen. Zwei gerade dunkle Striche zeichneten sich quer unter ihren Augen ab. Sie redete nicht mehr und zuckte nur wimmernd zusammen, wenn der CWV seine Sirenenpfeife ziehen musste, wie jetzt eben vor dem Anlegen in Küstrin. Es war noch nicht so spät, dass man vordern nicht noch auf das Hafenpostamt schicken konnte, nach den postlagernden Sendungen für die Schiffer zu fragen. Herrn August Müßiggang aus Zeuthen erwartete ein amtliches Schreiben, das ihn während des Küstriner Aufenthalts bald möglichst zu einer Vernehmung zitierte. Deshalb musste die Fahrtunterbrechung verlängert werden. Der Polizeibeamte erklärte dem Vormund Herrn Müßiggang, dass man unter diesen Umständen polizeilicherseits nicht mehr eingreifen könne. Der unter diesen Umständen allein zuständige Beamtete Schularzt sei Medizinalrat Kramer. Der äußerte sich dahin, dass die Schülerin in ihrer gegenwärtigen Verfassung für den Schulbesuch und die Erziehung in einem Internat nicht in Frage käme. Wegen exorbitanten Kräfteverfalls sei die Zurückstellung vom Schulbesuch und von der Aufnahme in ein Internat unter Kinder von gesundheitlich normalem Zustand anzuraten. Soweit legte Herr Medizinalrat seine Meinung schriftlich fest für den Rektor und die Polizei. Privat vermutete er, dass der Kleinen das Leben auf der Oder ohne regelmäßige Pflege durch weibliche Personen nicht bekomme. Er hielt für angebracht, dass nach der Landung in Stettin ein Spezialist konsultiert werde. Der müsse nach seinem Ermessen wahrscheinlich wenigstens die Verschickung der Schülerin in völlig andere Umgebung respektive Gebirgsklima veranlassen. Doch möchte er dem Entscheid des Fachkollegen nicht vorgreifen. Die Kapitänen und Müßiggang sagten zu allem Ja und besten Dank und das haben wir auch schon gedacht. Beim Verlassen der Kajüte bemerkte der Medizinalrat noch, auf vorzeitige Störungen durch die Erscheinungen des Entwicklungsalters bei Mädchen von so labiler Konstitution sei besonders Acht zu geben. In Gegenwart von Müßiggang fand Frau Kapitän das ziemlich unanständig, während sie ein ernstes Gespräch von Frau zu Arzt nicht ungern geführt hätte. Der Küstriner Aufenthalt bot Frau Woitschach immerhin die willkommene Gelegenheit, sich alles zu besorgen, was sie zu Wilhelmines Stärkung für notwendig hielt. Nach der Visite des Arztes war das Kind auch dazu bereit, ein paar Löffel Bouillon zu sich zu nehmen. Es empfand die Notwendigkeit, sich widerstandsfähiger zu machen, für einen neuen Kampf, den Kampf gegen eine zweite Untersuchung, gegen die geplante Abschiebung ins Gebirge. Beim ersten Aufstehen hing das schwarze Kleidchen viel zu weit um Wilhelmine herum. Die Locken hatten etwas von ihrem Glanz verloren. Die Hände wirkten dünn und bläulich, die runden Wangen schlaff und eingefallen. Die derbe, laute Stimme war ganz schüchtern geworden. Kapitänen und Vormund zeigten sich nicht fähig, ihre Verwirrung und Rührung zu verbergen. Als die herrische, kleine Person jetzt so flehentlich und zaghaft bettelte. Immerzu fröstelte sie und man musste ihr ein Tuch umhängen. Was Wilhelmine aber sprach, verriet dennoch ihre alte, ungebrochene Entschlossenheit. Seit ihr der Kahn gehörte, wollte sie keinesfalls mehr von ihm heruntergehen und es war ihr unerträglich in einem Schlafsaal mit den vielen Mädchen zu liegen, wo sie ihre eigene Kajüte hatte. Und Handchen und Helene und alles hier. Ostern komme ich sowieso aus der Schule und lernen tue ich nie etwas, seht doch meine Hefte nach. Voller Verantwortlichkeitsgefühl konnten 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 beiden Freunde nicht umhin. Wilhelmine musste ihnen erklären, was das in den Diktaten hieß. Das Drummele hat ein Schützpe und die Hütterunde böllen vor dem Fretzen. Der Turm hat eine Spitze, die Hunde bellen vor dem Fressen. Du bist doch sonst so ein redegewandtes Tochterle, wie ein Erwachsenes sprichst du doch, Mindel. Und die Nebenflüsse könne sie auswendig, betonte die Butenhof und schnurrte nur so herunter. Opa, Zinner, Hotzenplotz, Glatzerneiße, Ole, Weistritz, Katzbach, Bober, Lausitzerneiße und Bartsch und Warte rechts. Aber schreiben könne sie eben nicht. Das ginge immer los mit den Buchstaben, dass sie nicht wisse, was anfangen. Die Schrift war auch ganz holprig und hart, zu groß und zu kindlich. Wilhelmine zog die Stirn übermüdet in tiefe Falten. Es war schon wieder zu viel für sie. Was haben sie denn bloß in der Schule dazu gesagt, in Fürstenberg? Ich war die verachtetste der ganzen Klasse. Die Butenhof blickte scheu auf den Onkel, Frau Woitschach und dann vor sich hin. Das durften Vormund und Kapitänin für die Zukunft nicht dulden. Aber die Einsegnung nun war der Konfirmanden Unterricht unmöglich. Nicht einsegnen schloss das Kind und die Erwachsenen hofften noch immer auf einen Ausweg. Die unnatürlich groß gewordenen Mädchenaugen blieben auf ihnen haften. Ich werde immer wieder hungern, wenn ihr mich zurückschicken wollt. Sie taten Wilhelmine auch den Willen, als sie nach Tagen die Oder wiedersehen wollte. Man rückte ihr dort war sie vor dem Wind etwas geschützt. Das wird aber ein Hochwasser, legte die Kranke die Hände in den Schoß. Die Wiesen um Schwed waren wie endlose Seen, von schmalen Wiesenstreifen durchschnitten. Alle Kühe hatte man schon seit Stunden von der Weide getrieben. Wo sonst die Buhnen lagen, kreisten Ketten von wirbelnden Strudeln. Von den Weiden ragten nur halb entlaubte Wedel aus dem Wasser. Die Oder rauschte machtvoll, unheil drohend in trübem Gelb dahin. Kommen wir noch gut bis Stettin? bangte sich das kleine Mädchen mit einem Mal vor Erregungen. Es fühlte sich fiebrig. Wachswasser macht mich immer bissl krank. Doch jeden Morgen wollte Wilhelmine Buttenhoff es wissen, was auf der Oder geschah. Einer Buttenhoff konnte man eine einmal ließ sie sich eine Stunde lang nicht von der Seite des Steuermannes vertreiben. Wisst ihr auch ganz genau, dass wir hier nicht auf eine Mole rammen? Hinter Schwed hier war doch bestimmt eine Mole. Dann beruhigte sie sich, weil sie noch die äußerste Spitze eines weiß-roten Schifffahrt Zeichens über der Strömung entdeckte. Kommen wir noch unter der Brücke durch? Alle fühlten sie die Pfeiler unter dem Ansturm der Wassermengen beben und waren bedrückt, dass Dampfer und Kahn nur noch so flach unter der Brücke hindurch krochen. Abgebrochene Äste, Gewinde aus Stroh, Tang, Laub und Schmutz, ein losgerissenes Beiboot trieben neben ihnen. Die Dörfer, die kleinen Städte, die tiefer gelegen waren, standen unter Wasser. Von Haus zu Haus waren Bretter die schmalen Stege nur von Fenster zu Fenster. Die Kinder ruderten in dicht besetzten Kähnen zur Schule. Es war gar nicht mehr, als drehte die Oder über ihre Ufer. Fremde Fluten von modrigem Geruch schienen über ihr zusammen zu schlagen. Von überall her strömte gurgelndes Wasser heran, um Baumkronen, kahle Äste unheimlich brodelnd. Kadaver von Hasen und Rehen und fingen sich in ihnen wie in einer Wildfalle. Zum ersten Mal, seit er Schiffer war, verspürte der Bootsjunge Fordern eine dumpfe Angst. Was Wilhelmine denke? Die Oder ist nicht gut, ließ ihre Augen über die zerfetzten Wolken hinstreifen, die voll unermesslichen Regens tief über dem Aufruhr des Stromes hingen. Nirgends war noch ein Kahn. 21. Kapitel Für Reisende mit Traglasten. Stundenlang heulte das Nebelhorn vor ihnen her. Das hohe Wasser und der graue dichte Dunst machten die Ufer fast unkenntlich. Flach, klobig und verschleiert. Die Brücken wurden zu tiefen dünnen Strichen im Gewölk. Einmal begegneten sie dann noch einem Kahn, der aus seiner Richtung gedrängt und auf einer Buhne festgelaufen war. Die Schiffe hatten den Lecken Kahn verlassen. Vom Frankfurter Bergungsdampfer waren sie rechtzeitig aufgenommen worden. An einem Stock war die rote Notflacke gehisst. Die Leute von der Helene gaben diesem noch neuen stabilen Motorkahn keine Zukunft mehr. Wenn das Wasser fiel, musste er in der Mitte auseinander brechen, weil er quer über dem Buhnenkopf hing. Die Ladung war zur Ableichterung längst über Bord geworfen. Rotzuckersäcke trieben noch in der Nähe, es hatte nichts genützt. Für den Buttenhoffschen Kahn ging mit der ungewöhnlichen Überschwemmung alles noch gut ab. Aber dann kam eben das schlimme Malheur mit dem Zank. Diesmal war Wilhelmines Grobheit und ihr Jezorn ganz bestimmt nicht schuld. Im Gegenteil. Was an ihr Liebreiz war, hatte das Unheil herauf beschworen. Natürlich trug auch die Nähe des Winters dazu bei. Und dass Kapitäns in der Gegend um Stettin ihren festen Wohnsitz hatten. Alles war so verworren. Wie das so gekommen ist, schüttelte August Müßiggang den Kopf. Dabei musste er es schließlich am besten wissen. Wer hatte sich denn sonst etwa mit Frau Kapitän in den Haaren gelegen? Denn Wilhelmines Äußerung war weiter nicht böse gemeint gewesen. Welche Äußerung? Nun, ich will aber nicht mehr Kind von Eltern werden. Ich bin das jetzt so schön gewöhnt mit dem eigenen Kahn und meinen Leuten. Vielen schönen Dank, aber bitte, bitte, ich möchte nicht. Ob es die Frau Kapitän übel nahm oder ob es sie mehr schmerzlich berührte, das lässt sich bei der kolossalen Aufregung, in der man sich befand, so schwer entscheiden. Der CWV und die Helene waren also heil im Stettiner Hafen man musste sich um neue Ladung bemühen. Für den CWV ergab sich aber keine Order, die sich gut mit dem Auftrag für die Helene verbinden ließ. Die hatte Fracht an Erz zu erwarten, für die alte Hütte, das Neusalzer Berg. Eine gute Sache an sich. Nur dass sie die bedauerliche Trennung von Kahn und Schleppdampfer bedingte. Durch diesen unerwartet plötzlichen Abschied wurde Frau Woltschach vermutlich zu der voreiligen Andeutung über ihren Entschluss verleitet. Der Entschluss selbst war sicher nicht so überstürzt. Mit Kapitän Otto jedenfalls war alles schon im Klaren. Wie der Vormund Müßiggang und das Mündel darüber dächten, wenn die Kapitänsleute Wilhelmine an Kindesstadt annehmen. Man muss den Onkel gesehen haben, als dieses Wort fiel. Was Wilhelmine Buttenhoff selbst dazu sagte, das ist ja bekannt, dass es den Onkel so packen würde. Das ist Kindesentführung, polizeilich betrachtet, schrie der Onkel und was nicht sonst. Was sie sich da nicht ausgedeckt haben mit ihrem freundlichen Getue, bedrohte er Frau Woltschach und der Kapitän trat immerzu auf die Seite seiner Frau, bildlich gesprochen natürlich, sonst wäre es nicht so ehrenvoll für den Kapitän gewesen. Ausgeheckt hatte sich die Kapitänin wirklich etwas. Sie wollte es nämlich vermeiden, dass Wilhelmine, sobald der Vorschlag gemacht war, wieder allein mit ihren Männern auf ihrem Kahn die neue Fahrt antrat. Das konnte sonst eine zu gefährliche Entfremdung bringen zwischen ihr, dem Gatten und dem Kinde. Die Kapitänin überlegte. Und das erinnerte tatsächlich ein wenig an Kindesentführung, noch viel, viel umsichtiger. Für die Kenner der Oder und des späten Herbstes stand es ganz außer Frage, dass die letzte Fahrt vor dem Eintritt des Eisganges schon wieder gekommen war. Nach dem langsamen Fallen des Hochwassers hatte eine zu anhaltende durchdringende Kälte eingesetzt. Gelang es Frau Woitschach, die kleine Schiffseignerin von dieser letzten Fahrt des Jahres zurückzuhalten, musste das für die Loslösung des Kindes von seiner Helene und all dem Drum und Dran, das ihm so lieb geworden war, unendlich viel ausmachen. Das lag in den Interessen der Kapitänin. Es lässt sich gar nicht beschreiben, wie sehr. Selbst die Geografie war Frau Woitschach behilflich, nämlich soweit sie sich auf Storko bezieht. In Storko hatten Kapitäns sich für ihr Alter angekauft. Mitunter hatte Frau Woitschach es schon bereut. Durfte ein hübsches Haus es einem denn gleich so antun? Saß die Verwandtschaft nicht in Schlesien? Gehörten Schlesier nach Pommern? Der Kapitän hatte seine Frau mit schlagenden Beweisgründen alles bildlich gesprochen beruhigt. Ob die Oder nicht durch Schlesien die Mark und durch Pommern fließe? Aber freilich, die Oder sei ein schlesischer Fluss. Denn ein bisserl Tüksch hatte seine Marie von der Seite geschielt. Ziemlich Tüksch sogar, wenn man an ihre Gutmütigkeit denkt. Nun sollte Storko in Pommern zu der großen Gelegenheit werden. Die Frau Kapitän beabsichtigte, den CWV allein mit Otto Strom aufziehen zu lassen. Sie selbst hatte vor, sich bereits dem Storkor Haus auf den Winter einzurichten und das immer noch blasse, magere Mädchen nebst Pferd in eigens zu mietendem Quartier schon ganz bei sich zu behalten. Ach stach die Kapitänin vor Winters Anfang in ein Wespennest. Wer an diesen Zwistigkeiten nicht beteiligt war, soll nur froh sein. Meer. Nichts und niemand, kein Wort daran ist zu viel. Selbst auf der Oder fühlte er sich nicht mehr geschützt, wenn er daran dachte, dass Kapitän Woitschach mit seinem Raddampfer und nun vielleicht doch wieder mit der Frau auf ihr herumfuhr. Was Woitschach mal riechen konnte, darauf verstand Herr August Müßiggang sich auch, oho, und wie listig er wurde. Er wäre krank, völlig krank von den Aufregungen ausgeschlossen, dass er das gezottele Strom auf, so klatterig wie manche Dampfer wären, das war aber hässlich vom Onkel, doch man versteht schon, er allein per Bahn nach Hause, damit ihn noch vor dem Umsteigen in Reppen der Schlagröhre vielleicht, nee, nee, keine Mannsperson für ihn alten anfälligen Mann, ob so ein nichts nutziges Mündel nicht oder bloß gegen einen Kahn vielleicht, wenn ein Kraftakt erst einmal leidend würde, dann auf den Tod. Gut und gut, sagte das Kind und ging daran, zwei Pakete und zwei Kleidersäcke zu verschnüren und Lattersch erhielt den Oberbefehl über die völlig verwirrte Helene, wobei man sich Lattersch einschließlich ganz auf den Steuermann ohne Sorge verließ. Donnerstag früh mit dem 10-Uhr-Zug sollte es losgehen für Vormund und Mündel. Mittwochabend Aber nun nicht groß hinsehen und hinhören. Wilhelmine lief auf den Dampfer, schlang die Arme um Frau Kapitäns Hals, küßte das Gute, verbitterte Gesicht und zischte ihr ins Ohr. Ich besorge ihnen ein anderes Kind, ein viel besseres. Und weil sich die Kapitän das nicht vorstellen konnte, war die Frau so böse und traurig und wollte am Donnerstagmorgen auf ihrem Dampfer gar nicht daran denken, dass gerade jetzt, ganz genau in der Minute, der Zug aus der Halle fuhr. Gern sah ist der Schaffner nicht, wie viel Platz die gewaltigen Bett- und Kleidersäcke der beiden Schiffersleute, des Alten und der Kleinen einnahm. Auch im Abteil für Reisende mit Traglasten musste alles seine Grenzen haben. Wilhelmine vermochte sich aber weiter nicht sehr um den Schaffner und die anderen Leute zu kümmern. Für ihr Köpfe war zu viel zu begreifen. Dass sie nun zu Lande in heißem, rauchigen, trockenem Eisenbahnwagen neben der Oder her raste, über Brücken bald aufs rechte, bald aufs linke Ufer, als könnte ihr blauer Kahn sie niemals mehr erreichen. In knappen Stunden eine Fahrt von Tagen und der Mann, der den Zug führte, nicht zu sehen. Kein ohne Sorge am großen Steuer. Der Oderwald ein schmaler, dunkler, vorbeiziehender Streifen in der Ferne. Das Grünberg, keine Weinberge, Bahnhöfe, Gleise, Signale, Telegrafenstangen, Stoppelfelder, Kartoffelecker, polternde, schlagende, dröhnende Brückenbogen, Güterwagen, Leute, die nicht blieben, sondern ausstiegen, einstiegen, wie besessen. Von Grünberg an besserte sich des schweigsamen Onkels düstere Laune. Noch eine Stunde und er hatte sein Hundel in Sicherheit gebracht, geborgen vor allen Kindesentführungen. Müßiggang entsann sich an die ersten Gespräche mit seinem Pflegekind. Es gab doch Räuber auf der Oder. Wilhelmine war bloß zu gut gewesen, um aus ihren Kahn ein gefährliches Schiff zu machen, wie sie es dem Vormund ursprünglich angedeutet hatte. Es gab doch Räuber auf der Oder. 22. Kapitel Marketender Fahrt Die Fensterladen waren aufgeschlagen, das Haus gelüftet, Küche, Kammer, Flur und Stube gescheuert. Um es kurz zu sagen, August Müßiggang war wieder daheim, ganz wie ein Schiffer, nur etwas zu zeitig, noch vor dem Treibeis. Darin allein verrät sich der Unterschied. Deshalb sprach sich der Onkel eigentlich auch weniger mit den Leuten am Hafen und in der tiefer gelegenen Schiffer Neustadt aus. Die Neustadt nun aber war nicht etwa modern, nein, armselig und alt. Alle Häuser hatten Schimmerlinge von den Hochwasserjahren her, waren wie motrig und wie verwaschen. Müßiggang machte sich seinen Weg zu den Ackerbürgern, die Fischertreppe hinauf oder den Schwarzen Berg an der Odermühle oder hintenherum am Schützenhausweg. Die Ackerbürger hatten ihre Felder mehr auf den Wald und das ehrlich zu. Und daher verstanden sie nicht so viel von der Oder und man konnte ihnen berichten, ohne dass sie alles besser wussten oder manches langweilig fanden. Dabei war es beim Vormund Müßiggang jetzt gar nicht die richtige Erzählfreudigkeit. Der Onkel wollte so ein bisschen über etwas hinweg reden, sich etwas vom Halse schaffen. Er war nicht gern mit dem Mündel daheim. So seltsam kommt es manchmal. Man kann es sich kaum erklären. Beim Großreinemachen hatte Müßiggang regelrecht herumgeschnauzt. Er war grob gegen Wilhelmine, schroff zum Mindesten. Wem man Unrecht tut, den behandelt man schlecht, den lässt man allein sitzen. Nicht nur der Onkel hält es so. Erst schallt er Wilhelmine undankbar, dass sie nicht vergnügter wäre. Als ob sich so ein Kajütengehocke nicht verkriechen müsste vor dem schönen freien Leben in einer richtigen Wohnung. Stube, Kammer, Küche, Flur. Der Onkel reckte und dehnte sich ordentlich. Wilhelmine putzte blass an dem Küchengerät herum. Ob sie etwa glaube, dass diese – na, er wollte den Namen nicht aussprechen und sich nicht erst im Ton vergreifen, dass diese – Wilhelmine wisse schon – ihr etwas mehr zu bieten gehabt hätten. Und gerade dort steckte der Vermaledeite Grund für all die Grämlichkeit des Onkels. Angst und Bange wurde ihm, wenn ihm von früh bis abends Stück für Stück einfiel, worum er sein Mündel gebracht haben könnte. Das Haus in Storkow in Pommern bestimmt nicht schlecht im Stand. Er hatte nur die kleine Mietswohnung am Hafen. Das ehrenvolle Leben als Kapitäns Tochter auf dem Dampfer CWV. Die dadurch immerhin nahe gerückte gute Partie im Hinblick auf später. Auch das wurmte den Onkel. Ein Vermögen. Die Kapitänin hatte es nur so herausgeschmettert in ihrem Zorn. Aber als Wilhelmine nicht zugegen war. 26.000 Mark und es werden noch 30. Die weibliche Fürsorge, die das Mederle brauchte. So aber musste Wilhelmine für andere Sorgen, Zahlen, um Ansehen kämpfen, eine Zuflucht schaffen, sparen. Kapital wollten sie aus dir schlagen, dich mit Handchen auftreten lassen, ereiferte sich müßig Gang, als Wilhelmine Budenhoff zu seinen erregten Überlegungen schwieg. Schließlich konnte sie nicht ahnen, was in des alten Kopf vorging. Daher antwortete sie, den Eindruck hatte ich nun eigentlich nicht, aber es mag schon alles gut so sein. Auf einen Dampfer gehe ich nur, wenn er mir gehört, wie die Helene. Und von der Helene kriegt mich niemand weg, eh nicht Schluss ist mit ihr. Was du sonst redest, Onkel, das andere ist alles Mumpitz, lass nur gut sein. Wenn ich bloß wüsste, was machen mit den Leuten im Winter und wie sie mir den Kahn herbringen werden und wann sie kommen mit Handchen. Die Spannung versetzte Wilhelmine in solche Unruhe, dass sie täglich zum Hafen und auf dem Oderdamm lief, Ausschau zu halten. Aber die Sicht war wenigstens um die Ecke dort sehen können. Dabei war es noch besonderer Ladeaufenthalte wegen um Wochen zu früh. Michel zuckte es durch ihre Gedanken und sie rannte den Damm entlang. Vom Hochwasser her war er noch ganz zerspült und inzwischen notdürftig mit Asche, Reisig und Scherben aufgeschüttet. Es ging sich schlecht, aber die Buttenhoff hetzte an Hinterlachs Anger und Neuferts Kohlenhof an der Odermühle an Pürers Kaffeeterrasse vorüber, bis sie an der Fischerei anhalten durfte im atemlosen Lauf. Na endlich, sah Michel Burdasi von seinem Boot aus. Er verstaute gerade noch zwei Deckelkörbe mit Ware unter dem Steuersitz und hatte seinen Kahn noch nicht los gemacht. Willst du mitfahren? scholl es zur Fischertreppe, auf deren unterster Stufe Wilhelmine einen erhöhten Ausblick suchte. Bis zur Karolater Biegung flog sie auf den Jungen zu. Machst du so weit runter? Bestimmt, schüttelte er ihre Hand. Vielleicht ganz bis Karolat. Dem Rauch nach ist der Schlepperzug noch so weit weg und wenn er dann lang wie die letzten ist, schaffe ich gerade alle Kähne, bis wir wieder oben sind. Schon saß Wilhelmine auf einer Kiste mit Pantoffeln. Da wär ich ja wieder auf der Oder, sah man ihre runden Zähne und sie kniff vergnügt die Augen zusammen. Der schmale kleine Kahn stieß schon von Land. Dünn bist du geworden und bissl käsig, rief der Junge stockend, weil er mit der Potsche so schwer im Stehen hantieren musste. Und du bist gewachsen und immer noch verbrannt, erwiderte die Butenhoff und nahm nichts übel. Ich hab halt den Schädel voll Sorgen, betrug sie sich dann erwachsen und strich sich ein paar Mal über Rock und Knie. Eigentlich geht's mir immer besser, seit du mir den guten Rat gegeben hast. Die Potsche versank bis Der Kahn glitt in die Strömung. Das Ruder wurde eingezogen. Michel konnte sich setzen. Auf einen Motor fürs Boot oder ein ganz neues Motor Boot für später. Da wird aber dein Vattel mit seiner Fleischerei erst einmal tüchtig mit Geld machen müssen, tat die Butenhoff erfahren. Geht auch, wenn er mir nur das Geld gleich wieder raus rückt. Wird er jetzt viel mehr an die Kähne los. Pass nur auf, wie das dann wird. Schon gerahmte das Mädchen in der Ware herum. Aber Michel strebte aus der Fahrtrinne heraus auf die untere Stadt zu. Du erfrierst mir ja. Das wird zu kalt, bis wir wieder heim sind. Und da des Onkels Haus ein ganzes Stück weiter Strom ablag, ließ es sich einrichten, Wilhelmine ihren Mantel zu holen. Auf zu beruhigen, dass das Mädel jetzt zwei, drei Stunden weg bleiben würde. Machst du dir denn so viel daraus, dass du dann so weit mit Strom auf willst? Vergewisserte Michel sich, als er die Begleiterin warm verpackte, es wird höllisch kalt bei der langsamen Fahrt. Ich mach mir so viel daraus, nickte die Kleine, denn vielleicht gehen wir auch einen einzelnen Dampfer an, nicht. Am Karolatter Schloss, dem einzigen Bergschloss über der Oder, begegneten sie einem langen Schleppzug mit doppelter Kahnreihe. Das wichtige Geschäft musste da ganz in den Mittelpunkt rücken. Auch Wilhelmine hatte diese Einsicht, ja, sie leistete erhebliche Hilfe, weil sie sich auf der Oder rasch in die verschiedensten Verhältnisse schicken lernte. Sie begriff kaum, wie Michel seinen Betrieb sonst allein bewältigte. So viel war zu tun. Michel zeigte seine eigene Taktik. Aus zehn Meter Entfernung etwa winkte er dem Dampfer mit einer großen weißen Tüte zu. Da machte sich auf Deck schon der Bootsjunge bereit, dem herantreibenden Marketender Kahn das Tau zuzuwerfen. Michel band sein Boot fest, stellte sich auf die Bank, um besser zum Dampfer hinaufsprechen zu können und wartete auf seine schweigend standen vier Männer in Schafspelzen und gefütterten Ledermützen mit Ohrenklappen, Strohbündel um die Stiefel gewickelt an der Bordkante und redeten keinen Ton. Denn zuerst hatte immer das Angebot zu erfolgen. Das ist Marketender Brauch und der Zeutner Junge sah keine Notwendigkeit ihn zu ändern. Dem eigentlichen Handel ging die Einladung zum Trinken voraus. Helles Bier, Walzbier, Korn zum Erwärmen, was nehmen wir zuerst? hob der Marketender Flasche um Flasche empor. Denn mochte der Handel werden oder nicht, während man darüber diskutierte, wurde getrunken. Und das sicherte Michel immerhin eine Mindesteinnahme. Obwohl niemand einen Entschluss zu fassen schien, ließ sich eigentlich immer vorausbestimmen, wer kaufen würde. Denn der hielt sein Portemonnaie schon mit beiden Händen bereit und stand auch nicht lange auf Deck, sondern hockte sich nieder und gab zu dem jungen Marketender hinunter seine Weisung. Schöne Knoblauchwurst, gleich zum Heißmachen, Semmeln ganz frisch aus der Bäckerei, besonders groß, Tabak, eine neue Pfeife, Zigaretten. Der Vierte, der sich noch nicht wie die anderen hingekauert hatte, holte nun doch sein Geld aus der Kajüte. Der Bootsjunge vom Dampfer zog das Tau ein. Wilhelmine war schon dabei, es vom Kahn loszuwickeln. Michel imponierte es nicht wenig, wie sie immer gleich zupackte. An den ersten beiden Schleppkähnen wussten sie nun, dass sie an der Reihe waren. Die vom links neben gekoppelten Kahn kletterten herüber. Sieben Männer erwarteten das Boot. Wieder warf der Junge das Tau, Michel bestieg seine Bank, hob die erste Flasche. Helles zum Erwärmen. Was nehmen wir zuerst? Er schaukelte mit den Dampferwellen. Einige Männer hockten nieder, noch schwieg alles, dann klappte das erste Portemonnaie auf. Das Wühlen und Rumoren in Körben und Kisten. Das Emporreichen und Geld wechseln fing von Neuem an. Vieles wurde stumm geprüft und mit missbilligendem Kopfschütteln zurückgegeben. Wieder wurden nur Zigaretten abgesetzt. Im Sommer dauert es noch viel länger, bis ich sie zum Kaufen herumkriege, flüsterte der Junge dem Mädchen zu, als sie beide mit den Köpfen in einer Kiste steckten, um aus ihrem Grund die angeforderten Streichhölzer Pakete heraufzuholen. Jetzt geht's schnell gegen sonst, weil die Kerle frieren. Er selbst trat von einem Bein aufs andere und steckte zwischendurch immer wieder einmal die rot gefrorenen Hände in die Jackentaschen. Der Junge vom dritten Schleppkahn wartete schon. Wir haben die Frau mit, gab er dem Marketender einen guten Rat, der ihm auch zwei Zigaretten eintragen sollte. Wo sich eine Frau auf dem Kahn befand, zog sich Angebot, Nachfrage, Besichtigung, Ankauf zwar noch unvergleichlich länger hin, dafür wurde man auch bestimmt Fleisch, Salz, Persil und Scheuerlappen los. Eine ganze Menge kleiner Geldstücke glitt in Michels Hand und manchmal leider auch in die Oder. Weiter drunten im Schleppzug ließen sie ein Fahrrad in das Marketenderboot hinunter und ein Schiffer im Sonntagsanzug und der blauen Mütze kletterte zu den beiden. Muss nach Klogau rauf, schaffen wir es noch bis zum Fünfzuge? Ganz selbstverständlich wählte er seinen Platz auf dem freien Sitzbrett neben den Flaschen. Solche Forderung kostenloser Überfahrt war der Marketender gewohnt. Der Steuermann vom gleichen Kahn wurde ein guter Kunde für Propheten, Schusterjungen, Mohnbrötel und Schnecken. Anscheinend hatte er Auftrag von den Kollegen, die nicht in die Kälte hinaufkommen wollten. Aber dieser Steuermann kannte Wilhelmine. Nicht in der Winterschule? Du bist schon eine. Bin krank, schlug die Butenhof einen riesengroßen weißen Papierbogen um die Kuchenstücke. Und da treibst du dich bei dem Wetter auf dem offenen Kahn rum? Hat der Doktor verordnet? Täglich eine Spazierfahrt, ehe es dunkel wird. Was ungewöhnlich war. Auf Seiten des Marketender-Bootes wurde das Tau vorzeitig abgebunden, bevor noch alle Möglichkeiten, die Ware anzupreisen, erschöpft waren. Kuchen eingepackt, taulos, hieß es für Wilhelmine. Da kam sie gar nicht zum Frieren. Und es war doch bitterkalt. Nass, grau und kahl raschelten die entlaubten Äste im Oderwald. Früher Nebel und eisiger Hauch stiegen vom Wasser auf. Die Wolken hingen schwer von Schnee, der Atem der Schiffer und der Marketender war im schneidenden Flusswind wie der Rauch aus den engrohrigen Kajütenschornsteinen. Über Steuer und Beiboot kletterte ein Junge von Kahn zu Kahn und schrie nach Michel. In meiner Zigarettenschachtel ist kein Bild und ich habe sie bloß wegen der Bilder gekauft. Ich will die beiden Bilder. Es war nicht nötig zu klagen und zu schimpfen. Aus Halblehren für den Einzelverkauf bestimmten Schachteln wurden ihm alle Bilder zusammengesucht. Gibt das auch noch Mindel? Michel, Borda und Wilhelmine Buttenhoff hatten noch nie Zeit gefunden Bilder zu sammeln. An dieser Stelle gönne ich mir eine kleine Pause. Wie es mit dem Hörbuch weitergeht erfahrt ihr in Kürze im nächsten Teil. Und nun noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Die Erstellung von Hörbüchern kostet viel Zeit. Die beste Motivation dafür sind eure positiven Kommentare und Likes. Und bitte vergesst auch nicht meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank und bis bald. Bis bald.